Die zwei Soul Snoops sind wieder da. Einmal Anton, einmal ich. Ich bin Vitus und jetzt geht's rein mit The Rest of the Wicked. Hey, schön, dass ihr da seid. Anton, ich begrüße euch herzlich zu diesem wunderschönen Let's Play an diesem Freitagabend. Und die Vorabendrampe für ein wunderbar tolles Bevorstehen des Gamesfights. Aber jetzt. Es wird blutig heute. In jedwedem Segment wird es blutig. Es wird richtig blutig. Ich bin gespannt. Ich glaub, Sarah ist mein Favorit für heute. Aber es soll jetzt nicht um Sarah gehen, es soll jetzt nicht um Gamefights gehen, es soll um uns gehen. Um uns, die Soul Snoops. Es geht viel zu wenig im Leben, ja. Die Soul Snoops von RWTV. Denn, ja, Anton, du hast dir für uns nach unserem sehr erfolgreichen, Rise of the Ronin, let's play, was einfahren lassen. Du hast nämlich gesagt, Vitus, wir setzen uns noch mal hier rein als Snoops und wir spielen welches Spiel heute? No Rest for the Wicked. Ist tatsächlich heute erschienen oder heute im Early Access, feiert es seinen Aufgalopp. Und jetzt gerade ist auch das Embargo gefallen hinsichtlich Streaming. Also wir können jetzt voll und ganz loslegen mit dem nächsten, mit dem nächsten selbstauferlegten Martyrium. Ich weiß, das klingt ein bisschen paradox, aber es ist, wie ich letztes Mal schon bei Rise of the Ronin auch meinte, nun mal irgendwo unser Wunsch, möglichst die Souls-Likes alle so ein bisschen mitzunehmen. Denn im Wesentlichen, das werdet ihr vielleicht schon mal bemerkt haben, wenn wir hier ein Dark Souls Let's Play machen oder ein anderes Souls-like mäßiges Let's Play, das freut viele. Das freut viele, dieses Leiden, dieses Erfahren, das freut viele. Und deswegen versuchen wir da natürlich auch ein bisschen mehr von zu liefern. Und manchmal sind aber drin dann Leute, die das mit der Muttermilch aufgesogen haben, die mehr oder weniger ins Heft vom Entwickler diktiert haben, wie der Boss auszusehen hat. Und an anderen Tagen bauen wir uns halt die Rampe mit, wer ist denn der Dümmste? Und dann sind wir immer wieder dabei. Ja, also dumm und wir, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, das haut einfach hin. Nee, aber es waren echt, in der letzten Folge waren es super viele liebe Kommentare. Und deswegen haben wir gesagt, ey wirklich, Dankeschön. Hat uns sehr gefreut. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das wieder, jetzt mit No Rest for the Wicked. Ein wie ich sehr spannend aussehendes Spiel. In der Isot Perspektive gibt es sehr viele coole Features. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich habe auch so ein bisschen in dieses Let's Play von Fabian und Gregor geguckt. Die haben das ja auch schon mal angespielt. Vielleicht schafft ein kluger Channel Manager das jetzt da oben in der Ecke zu verlinken. Vielleicht auch nicht. Aber wir haben doch eben schon gesagt, dass der Channel Manager dumm ist. Ja, eigentlich, es ist ein Hoffen auf einen optimierten Anton, den es wahrscheinlich nie geben wird. Ich lebe seit 28 Jahren in diesem Anton, da ist nicht viel passiert. Ja. Ey, komm, das wird. Das wird schon. Ich bin hyped. Ich finde, das sah super cool aus. Ich habe Bock auf diese Isot Perspektive. Ich habe weniger Lust auf diese schweren Bossgegner. Ja, es ist immer ein Geben und Eben im Sinne von uns auf die Fresse geben. Das sind eigentlich diese Souls-like Let's Plays. Übrigens, lieber Chat, wir sehen euch natürlich. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, das hier gerade zu verfolgen. Einerseits vielleicht im VOD. Dann möglicherweise war da oben diese Verlinkung. Wenn ihr gerade live dabei seid, so wie Xavis, Haikiki, Elbowle, Nahunu und so weiter. Und Anja mag mehr. Und Anja mag mehr. Dann, die ist übrigens eine kluge Channel Manager. Oh ja, die ist am Start. Dann können wir hier auch natürlich auf eure Kommentare jetzt gleich live ein bisschen eingehen und möglicherweise Fragen und Eindrücke mit euch besprechen und einmal austauschen. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wie ist das, wenn in Indien die Nationalsportart Nummer eins, die es dort gibt, eigentlich gerne mal eine Sommerpause machen würde, aber das ist nicht erlaubt. Wie heißt das? No rest for the cricket. Gut, fangen wir an. Alles klar, okay. Ja, ich hatte gesagt, ich habe das letzte Mal den Charakter erstellt, richtig? Das heißt, du bist heute dran. Oh Gott, ja, aber ich bin nicht so gut darin, befürchte ich. Nehmen wir den hier, also das ist schon mal ein Statement. Das ist ein Statement. Es ist wirklich eine heute rausgekommene Early Access Version, also ich möchte noch mal darauf hinweisen, das Spiel wird noch weiterentwickelt, einerseits hinsichtlich auch der Lokalisierung und sowas habe ich rausgelesen, auch an den Grafiken und etc. wird noch gefeilt. Aber findest du nicht? Das finde ich aber fast nicht verbesserbar. Das sieht schon mega aus. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch mal ins Vollweg gehen, liebe Regie. Also schaut doch mal an. Sehe ich nicht genau so aus? Warte mal. Die Cap, also er hat weniger Haar und du hast die Cap. Ja, aber sonst sind wir doch eigentlich, ich weiß nicht. Naja. Warte mal, hier so. Ich muss ein bisschen an King Louis denken aus Dillby. Dillby Step. Ja. Doch, doch, doch. Ja, doch, doch. Schon, oder? Naja. Ne, ich finde das sieht fantastisch aus. Sind wir eher so ein langes Gesicht? Ne, wir sind schon eher so, wir haben schon so breite, oder? Doch, doch. Doch, ja. Ich glaube, das ist so die Richtung. Wir gucken mal durch. Oh, der, der sieht aus wie so ein Channel-Manager, der gerade so ein bisschen, ja, der gerade irgendwie von so einem On-Air gesagt bekommen hat. Der muss da irgendwas verlinken, hier rechts oben in der Ecke. Ja, doch, fühle ich, hab ich schon mal was mitbekommen. Okay, Namen. Gibt den Namen ein. Was nehmen wir? Irgendwas, vielleicht so eine Mischung aus uns beiden. Ja, was, also Altus oder, äh, aber, nee, Altus. Altus ist was anderes. Antus. Antus. Oder Vyton. Vyton. Vyton Corleone. Glaubst du, dafür haben wir genug Platz? Das werde ich rausfinden, warte. Okay, Vyton Corleone. Vyton Corleone. Chat, was sagt ihr dazu? Ist das ein guter Name? Wie schreibt man Corleone so? Corle... Mit einer vier? Mit einer vier. Sind wir, sind wir Junior, 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 Junior? Nummer vier? Ja, ich glaub schon. Ich bin Nummer vier. Vyton Corleone. Vyton Corleone. Okay, geil. Machen wir. Erstellen. Also, das letzte Mal haben wir uns ein bisschen mehr Zeit für die Charaktererstellung genommen. Ich find's eigentlich ganz gut, dass es hier, oh Gott, ein Zug zackiger ist. Dann jetzt da wiederum die Gegenkombination, oder? Anthus. Anthus. Ja, ist ja klar. Das Reich ist natürlich der Anthus. Klar? Ja. Anthustrien? Anthustria? Anthustria, oder? Anthustria. Das klingt richtig. Das könnte auch ein Herr der Ringe sein. Zwölf Points, Anthustria. Mit Doppel-R auch? Ja, lassen wir jetzt so. Ja, doch. Find ich gut. Willkommen. In den letzten sechs Jahren haben wir unser gemeinsames Herz. Ja, ich glaube, besser wird es auf jeden Fall nicht. Fangen wir an. Das ist übrigens von den Moon Studios, also den Leuten, die auch die Ori-Spiele gemacht haben. Die unter anderem, glaube ich, Kollege Andreas Lynch schon mal durchgespielt hat. Ja, hat er. Habe ich erst letztens mal in den 24-7-Plan reingepackt. Hm-hm. Stark, stark, Ted. Ja, stark, Asarin. Fand ich sehr gut. Da muss ich gerade sehr lachen. Ich bade sie Läden, wie sie sein sollte. Finde ich jetzt schon sehr atmosphärisch. Und sie brachte, dass die Sarum nie mehr zurückgekehrt werden würde. Das schaut geil aus. Das schaut sehr geil aus. Und diese Farb vom Mora. Gezeichnete Wolken sind, glaube ich, die besseren Wolken. Immer. Werden sie auch immer sein. Was wetten wir, wir stranden? Nein. Nee? Nee? Dafür gibt es Strand jetzt keinen Wolken. Guck mal, wir stranden wirklich nicht. Wir fangen erst mal auf dem Schiff an. Mhm. Ich kann mich hier bewegen. Okay, also A ist so eine Attacke. Mit einem Cool dann auch. Okay, also X, also Viereck bei der Zwischen ist das Schlag. Das ist wahrscheinlich Y-Kont vielleicht. Oder heilen, wenn wir es dann später haben. Noch haben wir keine weiteren Items. Ah, okay. Kannst du in irgendeiner Form die Kamera bewegen? Mit dem A-Stick? Nee. Okay, das ist ein Festgeleg. Was muss ich denn drücken zum Sprechen? Da steht Drücke zum Sprechen. Was soll ich denn drücken? Wie ihn. Drücke zum Sprechen. Hallo? Ja, was soll... Was soll ich denn drücken? Mann! Was war das? Ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe ein bisschen gehauen. Ja, ich verstehe. Ich finde es schön synchronisiert. Okay. Ja, erstmal einer an die wir schützt machen. Ja, also die Arme, die wir im Intro gesehen haben, die kommen nicht von alleine. Die kommen nicht von alleine. Wir sind ja ein Serienkrieger, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Da ist der Weg bis Kreativ nicht weit. Und das ist der Zusammenhang. Stark. Alles klar, Chef. Neh mal rein. Sind wir denn Piraten? Oder sind wir... Wir sind schon so ein offizielles Schiff, ne? Wir sind trotzdem ziemlich raue Seeleute offensichtlich, aber... Auf jeden Fall. Offiziell rau. Äh... Narurumon, ich glaube so 20, 25. Ich nehme dann aber sehr schnell ab, quasi. Weil die Frage war, wie viel... Ach, wie viel schaffst du, Anton? Ne, das will ich nicht sagen. Ich schaffst Safe 10. Ja, ich schaff 10. Ich schaffe auch mehr als 10. Siehste? Oh, okay, Falschschaden. Wirkliche sind zerstörbar. Will die Ratte stress? Mhm. Okay. So löst man Konflikte heute. Relativ radikal mit der Ratte ins Gericht gegangen. Okay, also man kann diese Fässer zerstören. Ah, geil. Beute. Beute. Oh, ich finde, ich finde das sehr, ich finde das sieht sehr cool aus. Ich mag auch die Krankenkulisse. Ja, super atmosphärisch. Sehr wuchtig. Und dieses leichte Schaukeln, das man auf dem Schiff ist. Mhm. Hammer. Hammer. Was ist das denn? Okay, nochmal Beute. Ich dachte kurz, was ist denn Leck ins Schiff gehauen? Kann das nicht passieren, bei der Lootwut auf einmal den gährenden Schlund des Abgrunds des Wassers ins Schiff lassen? Was ist denn das? Das ist einfach nur 13 Beuten. 13 Beuten. Ähm, from the table? Ja. Hab ich doch. Hab doch. Musst du ihm das jetzt irgendwie geben? Ähm. Dieser Kreis, der ab und an auftaucht, ist ... Er ist wirklich gar nicht bereit, mitzuarbeiten. Du musst ihm den Pilz in den Mund schieben. Oder, ach so, vielleicht brauchst du auch noch mehr Futter. Also, vielleicht hast du noch nicht alle Zutaten gesammelt. Er ist anspruchsvoll. Okay. Ja. Das war's. Ihr habt da ja die Gewürze vergessen. Alles klar. Dann schmeckt's ja nicht. Ja. Was ist dein Lieblingsgewürz, Anton? Pfeffer. Ja? Bin ich nicht kreativ. Es ist Pfeffer, ja. Also, ich finde, ja, so ein guter, so ein guter, so Chili. Ein gutes Chili. Ja. Das ersetzt manchmal auch den Pfeffer. Absolut. Ich bin leider ein Mensch. Okay. Okay. Das ist so eine Ausrede. Du wirst alleine schnambulieren. Ja, ich glaube auch. Ich bin leider jemand, der von Schärfe Schluckauf bekommt. Und deswegen muss ich aufpassen. Wenn ich ein richtig geiles, leckeres Chili irgendwo drüber stülpe, dann kann es sein, dass es erst mal bei einem Bissen bleibt, bevor ich ganz lange mit mir selbst beschäftige. Jetzt, wo du's sagst, ich glaube, ich glaube, meine Freundin hat das auch. Weil sie hat auch immer manchmal einfach unbeschreiblich Schluckauf. Und jetzt, wo ich drüber nachgedacht hab, war es, glaube ich, jedes Mal, wenn's so ein bisschen pikanter war. Ja. Ich koch gerne ein bisschen scharf, so. Ich esse es auch eigentlich gerne, aber irgendwann hat sich das gegen mich verschworen. Passiert. Okay. Okay, also, wir sind zwar kein religiöses Schiff, aber es gibt eine Glaubensgemeinschaft, die auch mit uns reist, definitiv. Ich weiß ein bisschen was über die Hintergrundgeschichte, ich hab mich da belesen, aber ich will jetzt auch noch nicht so viel vorwegnehmen. Ich bin nicht fair, ich hab leider keine Zeit gehabt, mich einzulesen. War ein bisschen stressige Woche für mich. Alles gut. Aber... Wir hatten uns doch eh so aufgeteilt, dass ich das noch... Das stimmt. Da bin ich auch sehr dankbar für. Ja, sehr gerne. Was mich direkt ärgert übrigens, bei 10 gibt's keinen Sprung auf die Silberstufe. Das heißt, wir müssen entweder 100 von den bronzenen Blödmännern einsammeln, um auch nur mal ein bisschen Silber der Schöne zu zaubern. Das ist eine schöne Aniteration. Wie komm ich jetzt... Mit welcher Taste komm ich denn jetzt? Mit der. Okay, mit der. Und... Meine Sorge ist, es sind nicht 100, sondern es ist so eine krumme Zahl, so 47 oder so was. So was... Wir sind eine Fantasy-Welt, wir können nicht einfach im Dezimalsystem arbeiten. Das triggert dich so was, ja? Ja, so was macht mich wirklich ein bisschen... Es ist so schlecht zu merken und kommt in jedem Nerd-Quiz vor, so was. Das weiß man dann immer nicht. Das stimmt. Deswegen bin ich auch nicht im Nerd-Quiz. Ah. Weil wir haben's ja schon im Cold Open angesprochen. Nee, nach dem Cold Open. Ähm, ja. Dafür nicht geeignet. Ich bin dumm. Ja, dumm bin ich auch. Ich hab nur zu drei Gebieten, hab ich mir Wissen aufgehäuft, indem ich einfach wiederholt habe, wie ein Irrer. Was sind die drei Gebiete? Du bist einfach nicht bereit, deinen Verstand damit lahmzulegen. Das ist ja auch lobenswert. Die drei Gebiete sind Star Wars, Herr der Ringe und Harry Potter. Ah, okay. Ja, find's gut. Das sind deswegen auch die drei Quiz-Adventure-Themen. Und deswegen kommen auch nie wieder eins. Deswegen kommt wahrscheinlich auch nie wieder eins. Ich weiß nicht, ob wir, also, ich hab ne Sendung gemacht, die nennt sich Quiz-Adventure-Findend über Rocket Beans TV. Solltet ihr unbedingt angucken, ich hab's verschlungen. Echt? Äh, Schröck als Org war super. Ja, das war, ja, das war, ja, der Ringe war auch die schönste Folge. Star Wars, also, was du dir da gedacht hast, mit dem Ableiten, das weiß ich heute noch nicht. Ich hab, da war nichts mit Ableiten. War's bei Harry Potter? Nee, da gab's nichts mit Ableiten. Es gab doch man, du musst... Es waren Formeln, aber die musstest du nicht Ableiten. Ach so, nee? Nee. Ich dachte, okay, hab ich's falsch im Kopf. Aber, ja, Formel. Ja, das war, also, ich hab mir was dabei gedacht, aber ich hab leider was anderes als Aufgabe aufgeschrieben. Und das ist dann natürlich problematisch. Das ist natürlich, da kommen wir wieder zum Dummsein zurück. Das ist korrekt. Da schließt sich der Kreis. Okay. Okay. Ja, nee, hier gibt's auch nicht. Ich möchte mich gern in ein Spiel flüchten. Jetzt sind wir langsam an dem Punkt, wo es nicht mehr unangenehmer sein kann, als im Souls-Game zu versagen. Bevor wir jetzt hier weitermachen, es sei noch gesagt, wir sind nächste Woche in einem Team bei Kneipenquiz. Oh ja. Und da können wir genau das, was wir gerade sagen, natürlich perfekt unter Beweis schnitten. Naja, gut, aber da sind ja noch zwei andere, die uns den Schnitt nach oben reißen. Frecherweise. Hoffen wir erst mal. Okay, also ich komm hier rauf, aber nicht entlang. Die Dummheit ist ein gemeinsamer Nenner. Das ist... Das ist doch... Ich glaub, das ist eigentlich das Motto der Menschheit. Wahrscheinlich, ja. Also, ich bin mir nicht sicher, ob du da... Aber ich muss doch hier lang. Kannst du nicht vielleicht von der... Ich probier's. Probier's. Da, guck mal, was noch mit der Tür. Kannst du da vielleicht vielleicht durchboxen. Nee. Schleichen kannst du aber. Ja, aber dann so an der Tür entlang schleiche ich dann. Aber das müsst ihr uns auch zu einem Zweck jetzt beibringen. Nee, ich stand schon die ganze Zeit da und ich hab's einfach nicht benutzt. Ach so. Weil wir ja in einem... Ja, ich sag mal, keinem unfreundlichen Gebiet zu... Also, wir müssen doch hier lang, ganz offensichtlich. Ja. Und man kann auch so ganz komisch hier oben hoch. Aber jetzt nicht mehr weiter. Was ist, wenn du jetzt schleichst? Das geht nicht. Kannst du die... Kannst du mit irgendeinem Dash gegen die Wand vielleicht die Leiter von da oben herunterbewegen? Also, das ist die klassische Point-and-Click-Adventure-Logik, der ich zuletzt öfter mal zum Opfer gefallen bin. Stoßt das irgendwie an. Aber wie komm ich denn da hin überhaupt? Ich dachte, du... Weißt du, du klopfst quasi gegen die Wand und dadurch löst sich oben irgendwie ein... Einen Hebel, äh, eine Sicherheitsöse. A oder X schlägt der Chat sonst vor. Huch! Wie hab ich das denn jetzt? Das weiß ich nicht, aber das war gut. Mach das öfter. Ah, du hast Beute befreit. Aber falsch. Ich will doch... Also, X... Nee. A? Nee. Und wenn du jetzt nochmal zu der A oder X bei der Tür versuchst... Okay. Machen wir. Ich geb hier auch nur Ideen rein, ne? Also, hey, alles gut. Ich möchte überhaupt nicht behaupten, dass ich das irgendwie besser machen würde. Ja, okay. Das ist es offenbar nicht. Aber es ist ja offensichtlich, dass wir da rein müssen. Das ist ja... Ja. Wir brauchen einen Rambock. Oder einen Schlüssel. Was halt praktischer ist. Hier gibt's auch nix. Tendenziell genau. Erstmal alles zerstören. In der Hoffnung, dass entweder der Schlüssel da rumliegt. Oder dass der Bootsmaat sich erbarmt und sagt, komm. Das ist mein Lieblingsfass gewesen. Fass das nie wieder an. Hier hast du den Schlüssel. Hab ich irgendwas... Haben wir irgendwas vergessen? Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich gab es einen hilfreichen Hinweis von einem der Leute, mit denen wir reden können. Nee. Das wäre mir aufgefallen. Beute! Fisch! Oh, Karpfen. Okay. Magst du Karpfen? Ich mag sehr wenig Fisch, leider. Mir ist mal... Da war ich so zwei. Eine Gräte in die Luftröhre geraten. Und hat sich dann so ein bisschen verkeilt. Also, man konnte sich auch nicht rauswürgen oder husten. Und dann hat meine Mutti die Naturpinkzette angewendet und die wieder aus mir raus operiert. Und das hat jahrelang dafür gesorgt, dass ich mich eher für einen Fisch ferngehalten habe. Also, ich habe es gerade gelesen, in unsere Kabine müssen wir... Ja, wo ist denn unsere Kabine dann? Sind wir hier komplett falsch? Nee, was... Da hat er gesagt, er hat unser Bett gemacht. So, das... Das ist unsere Kabine. Das ist... Ah, danke. Ich habe das auch schon bei so vielen Leuten gehört, dass da so eine Gräte... Echt? Und das ist ganz lustig. Für alle Leute, die... Jetzt bin ich gespannt auf die Wendung. Ja. Das ist mir auch schon passiert. Das ist mir auch schon mal mit so Hähnchenschenkel passiert. Ganz, ganz eklig. Und ich habe auch seitdem richtige... Phobie. Oh. Oh, okay. Okay, krass. Du träumst gerade noch davon. Und jetzt geht's los. Okay, äh... Okay, wir können hier nicht lang. Jetzt kannst du bestimmt... Kannst du mit ihm... Ist er noch? Oh. Ich kann den Gegenstand nehmen. Es geht wohl langsam los. Blutverrostetes Schwert. Inventar. Ja. Kampfgrundlagen. Greifegegner. Ja. An. Mehr Schaden. Das ist dieses... Dieser Dash-Angriff. Welche Angriffen aus? Ja. Die Rolle ausweichen auf... Auf X oder auf A. Brauchen Ausdauer. Ohne Ausdauer kann ich nicht angreifen oder ausweichen. Okay. Verstanden. Da ist, glaube ich, ein Gegner, ne? Ich glaube auch. Oh. Oh. Okay. Ey, alles. Mach die kurzen Attacken. Oder... Na gut. Oder... Lass ihn... Stück für Stück... mit harten Schlägen... niedergrinden. Nice. Die Mischung macht es eigentlich. Das war klasse. Du hast ihn jetzt wirklich gerade mit bloßen Fäusten... hast du all dieses Blut aus ihm rausgeholt. Ach, weil ich das Schwert nicht equippt hab, ne? Das ist doof. Ich finde auch, dass... Es ist viel zu einfach. So, okay. Okay, jetzt haben wir es aber. Wie hast du das? Schilde. Ähm, ja. Ah, ja. Schilde. LB. Halt den, äh, 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 ab, 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 ab. Mhm. Gedrückt halten. Verstehe. Verbraucht dann auch Ausdauer... Äh, äh, Beute, 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 Beute. Ja, ich wollte, Beute. Oh, nicht mit meiner Absicht. Naja, um kurz auf die Story zurückzukommen. Ja. Ähm, auch totale Phobie, alles irgendwie mit Knochen zu essen. Dann war ich letztens auf der Schanze. Sehr, sehr, sehr guter Imbiss. Ich glaub... Ja, sehr gut. Ich halt's doch. Nee, nee, konzentrier dich nur kurz. Ja, ja. Sonst endest du als sein Imbiss. Okay, also, es blockt nicht den kompletten Schaden tatsächlich leider. Nice! Ich glaub, hier ist... Böse, das Schwert in den Gegnerwämpfen, die beste Verteidigung. Oh, 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 okay. Nach dem Kampf müssen wir vielleicht mal ein, zwei heilende Optionen einwerfen. Jawohl. Okay. Ähm, heilende Optionen, hier. Pilzsuppe. Ich würd sie gerne reinwämsen in mich. Ist noch zu heiß, ich muss pusten. Ja, mach ich doch, das ist das. Da kommt das Menü. Ich würd sie gerne jetzt... haben. Hä? Möchtest du mal probieren? Ich versuch, mich zu helfen. Warte, ich halb nicht gedrückt halten, sondern... Ah! Okay! Ja, ja, sorry. Das war mein Fehler. Gesichtsbaufstreit ist auch grad, nicht gedrückt halten. Nur anzippen. Alles klar, danke schön. Okay, danke. Sorry. Übrigens, äh... Souls-Snoops. Souls-Snoops, Souls-Flaschen. Und die Frage kam gerade auf, an uns beide Souls-Flaschen, spielt man das mit WASD oder mit der Maus klickend? Wir spielen selbst mit Controller, ich würd aber sagen, wenn ist es mit WASD in der Steuerung. Ich glaub auch. Ist nicht so ein Ball-Los-Gate-Ding oder so. No. Ähm, Story? Ja, der Imbiss. Der Imbiss, äh, Charbys Fisch-Imbiss, super lecker, kann ich sehr empfehlen, haben auch sehr coole Beilagen und das Problem ist, da steht aber nie auf der Karte, ist es jetzt irgendwie so ein Filet, nehmen die die Gräten raus, was die bei manchen machen, oder nicht. Also es ist immer so ein Fifty-Fifty-Ding. Ja. Und ich hab natürlich sehr Angst vor diesen Gräten. Ja, ja, ja. So, da hab ich mir letztens was bestellt, ich glaub, ach, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was es war, ich tue mir leid, ich hab's vergessen. Und dann krieg ich so diesen ganzen Fisch, natürlich, ne? Albtraum, scheiße, wie machst du's jetzt? Ich hatte richtig Panik, weil ich hatte auch riesen Hunger. Mhm. Und, äh, letzten Endes, ey, ich hab's gemeistert. Krass. Und ich hab keine Gräte verschluckt. Okay, ich muss... Huuuuhuuhuuhuuhu. Ich... Jetzt haben wir... Bisschen zu viel Gewicht. Bisschen Wadentraining. Dann ist nicht wehen. Tatsächlich, ja. Bisschen Wadentraining. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Und es war echt lecker. Es war geil. Sehr schön. Also das war jetzt ein großes Erfolgserlebnis. Ich möchte es trotzdem erstmal nicht mehr erleben müssen. War ich dir ehrlich. Ja. Ja, es ist toll, sich mit dem zu konfrontieren. Ja. Und wenn man dann gewinnt halt. Das ist geil. Genau. Aber Konfrontation ist und bleibt... Wir kommen zurück. Scheiße. Die Konfrontation muss an der Wand langschleichen. Ja. Ja, gut. Konfrontation ist und bleibt natürlich trotzdem außerhalb der Komfortzone. Da sind so viele K's sonst in einem Satz. Das verträgt sich nicht. Komfort und Konfront. Ja, nee. Deswegen... Also man macht es dann ein oder zweimal. Das ist auch cool. Und es ist einfach schön, die Option zu haben. Gerade wenn du irgendwo eingeladen wirst oder so. Schwiegereltern, was weiß ich. Und dann bist du der eine, der halt sagt, oh nee, ich mag meinen Fisch nur als Stäbchen und paniert. Und du bist direkt, direkt bist du unten durch. So, an der Wand entlang mit übst du dann schleichen. Ah! Ich hab das gedrückt. Also ich bin wirklich... Du übst nochmal da unten an der Wand. Pass auf. Ja? Ja, ich hab das hier. So hab ich's gemacht. Und ich schleiche gerade. Dass du auch die Wand nimmst, ob ich's nicht sehen. Ich bin halt... Also ich bin zwar doof, aber so doof bin ich dann gar nicht. Nein, weiß ich, aber es ist einfach wirklich. Warum nicht die andere Wand? Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich hab die Hausaufgabe gemacht. Darf ich mal sehen? Nein. So, pass auf. Ja. Ich drücke das. Aber er macht es nicht. Ja. Ja. Er macht es nicht. Er macht nicht was, wenn du jetzt gedrückt hältst? Nein. Okay. Vielleicht die Wand da hinten. Die andere Wand. Quasi die Rückwand. Die Außenwand. Also hier unten, wo das Feuer ist, kannst du da vielleicht eher lang. Also gut, man sieht's, halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich hätt's mal... Ja. Ah ja. Oh, ja, okay. Ja, und jetzt geht er nicht mehr weiter, wenn ich... Ach, für... Uh. Das ist auf jeden Fall herausfordernder als Rise of the Ronin zuletzt. Muss man schon mal jetzt festhalten. Aber also, dass wir daran scheitern und nicht an einem Boss, kränkt mich irgendwie. Naja, dass wir bisher nur daran scheitern. Wir haben ja... Oh Gott. Ähm, ja, ich bin definitiv schlimmer als Simon. Ähm, doch. Also ich bin, ich bin eine richtige Gurke. Weil, wenn man, wenn man das nicht, äh, glaubt, schaut einfach bei Super Mario Bros. Oh ja, komm. Wunder. Ach so. Im Beans vs. Ich dachte, du meinst die Sprachsteuerung. Nein. Bei Challenge Me. Nee, nee. Okay, ich versuch's mal. Aber also, ich versteh nicht, wie das funktionieren soll. Ganz kurzer Hinweis vielleicht mal alle im Chat. Wir sind jetzt hier ein paar Mal runtergedroppt. Und bei Twitch sind heute Drops aktiv zu dem Spiel. Ah, geil. Also, falls ihr gerade bei Twitch guckt, könnt ihr direkt mal einen Zap dalassen. Das war schon stark. Nehmen wir das auch nochmal mit, weil wir wieder Twitch-Partner sind. Dann hab ich alle Ankündigungen, die man mir moderativ so vorher mitgedrückt hat, hab ich dann einmal untergebracht. Das ist aber auch immer, das wird einem dann so reingedrückt, ne? Und der Mund ist schon voll eigentlich. Aber ja. mit Fisch, den man konfrontativ gefuttert hat. So. Ohne Gräten. War mir der hat mal vorher rausgemacht. Erfolgreich. So. Ja, ich gestehe, das ist sehr, sehr frickelig. So. Du hast es gemacht. Ich hab einfach in die Richtung von der Wand nochmal gesteuert. Du bist es. Du bist es. Bäm. Nee, mach weiter. Oh, nee. Doch. Okay, also. Mit A mach ich diesen Ausweich-Mut. Ja. Und. Oh, jetzt musst du schon parieren. LT. Die Schultertaste hin. Werfen verursachen. Okay, Gleichgewichtsschaden. Werden die Gleichgewichtsanzeige beim Gegner erhöht. Was? Welcher? Die Gleichgewichtsanzeige zeigt aber nicht an, wie sehr der im Gleichgewicht ist, sondern wie viel Gleichgewichtsschaden ich ihm gemacht habe. Genau. Und wenn die voll ist, dann taumelt der Gegner. Kannst du mit LT parryen kurz bevor ein Gegner dich trifft? Sicherlich. Welche Taste ist für den Angriff? Die hier. X. X wie ... Das war wohl nix. Xylophon. X wie Xylophon. Denn das ist das Geräusch, was der Feind hört, wenn ich ihn vermöbel. Bumm. Was ist denn? LT ist oben oder unten? Hier. Die Schultertaste. Au, 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 au. Okay, nee. Das machen wir lieber nicht so. Bumm. Damn. Leider keine Ausdauer mehr. Ja, aber das ist ja ... Versuch weniger, glaube ich, zu mashen, sondern so ein bisschen mehr auch aufzuladen, weil das ist schon insane strong, der Angriff. Finde ich. Boah. Aber ey, das war gut. Hat er das geschildert? Ja. Er hat das geschildert. Geschildert hat er uns was. Oh. Ja. Yes. Ausweichen. Nee, okay. Wer braucht das schon? Drücke und Beute einzusammeln. Was ist das? Ist das auch Attack, was ich drücken muss? Oder ist Y? Ich habe einen Knopf drückt, um Beute einzusammeln. Y. Aber es steht doch auch da. Drücke. Das ist wahr. Das ist wahr. Also der wesentliche Teil der Anweisung ist ja da. Drücke. Wenn da Ziel stehen würde, wäre es viel schwieriger, dieses Spiel. Das gebe ich zu, ja. Da kannst du noch was einzusammeln. Hast du einen Schlüssel? Viel mehr. Na, guck, ich habe die Boxer mit dem blöden Schlüssel. Materie des Kapitäns. Meinst du, wir müssen uns nochmal heilen? Unsere Lebensanzeige ist das das untere oder das obere Ding? Ähm, ich glaube das untere. Ich glaube auch. Alles, was rot ist, ist irgendwie immer hell. Ja, meistens schon, oder gefährlich. Mit A konnte man schneller laufen. Ja, genau. Wenn du das A gedrückt hast, sprintest du. Ah. Nicht rein. Ja. Nein, nein, nein. Das ist voll mein Humor. Ich finde das. Nicht dahin zurück, um Gottes Willen. Nicht wieder an die Live-Scheiß-Passage. Ich bin ja noch relativ neu. Ich war noch nicht so viel mit Nils und er. Gestern, RBTV Homes, erst einmal mit Nils so. Ja. Und das war schon insane, was der schon wieder an Wortwitzen abgerissen hat. Und ja, man hat es auch direkt in den YouTube-Kommentaren gelesen. Ich habe eine sehr ansteckende Lache. Und das ist gestern ziemlich häufig vorgekommen. Das ist doch eine super Kombination. Das trägt sich, ja. Ist gut. Nee, aber, ja. Wortspiele voll meins. Gerne mehr. Ich stehe drauf. Hinterhalt. Erstmal kannst du deine Gegner überraschen. Achso. Wir müssen dann schleichen. Ich dachte, ich wäre jetzt im Hinterhalt. Du musst schnell reagieren. Nein, nein, nein. Okay. Ja, wir müssen schleichen. Ja. Und dann müssen wir X drücken. Ja. Und dann können wir einen. Okay, schleichen einfach, indem man L presst. Ja. Richtig schön reindrücken. Ja. Geil. Und dann muss ich was drücken? X, glaube ich. Ja, X. Ich schleiche erst einmal schön. Bam! Oh, das ist saumotivierend. Geil. Ich liebe es, wenn sie sich nicht wehren. Viel angenehmer, dann sind Feinde echt gar nicht mehr so ein Problem. Ich wollte gerade sagen, also, das ist immer so belohnend. Keine Gegendwehr bei Feinden. Das bist du? Wirklich zum Sprechen. Boah, der hat unser Fett so schön gemacht. Sein Name ist nicht Wort. Das hat bestimmt ... Also, er musste quasi einen anderen Namen annehmen, um seine wahre Identität zu verschleiern. Entweder, weil er gläubig ist und dieser Glauben, von dem wir schon so eine Andeutung gehört haben, doch eine gewisse Feindlichkeit ausstrahlt. Ja. Oder aber aufgrund des Krieges oder irgendeiner anderen Höhe. Oder des Kinderhals irgendwie. Also, ich wette, er ist irgendwie ... Vielleicht ist er eine Figur, die eigentlich eine andere ... Also, als Schiffsjunge war er getarnt, aber eigentlich war er der Papst oder so. Klar. Der Papst war er nicht. Aber er war halt ein cooler Papst. Also, ich muss auch sagen, also ... Hab's cool, Nilius. Ich find Spiele in der ISO-Ansicht eh ganz cool, aber mit den Farben und die Stimmung, also, das holt mich sofort ab. Es wirkt sehr atmosphärisch, sehr schön. Finde ich. Auf jeden Fall. Dieser Comic-Stil auch, also ... Ich bin sehr angetan. Oh, und jetzt gibt's eine richtige Schlacht. Geil. Der ist ein Boss, glaub ich. Rise of the Ronin-Boss, wo war der denn? Der erste, den wir hatten? Auf nem Schiff. Auf nem Schiff, Leute. Da kommen die Sachen zusammen. Also, wenn ihr weitere Souls-Likes habt, die wir anspielen sollen, die auf einem Schiff beginnen, haut sie gern einfach in die Kommentare, schreibt sie uns in den Chat oder ins Forum, wo Meer und Martyrium sich treffen. Da sind wir nicht weit. Stark. Die Gesundheitsanzeigen von Verbündeten sind blau und die der Gegner rot. Soll ich noch mal so einen Apfel einwerfen? Oder meinst du das schon? Äpfelchen? Wie kann ich den denn wechseln? Weißt du, wie man wechseln kann? Nein. Ich glaub, im Inventar vielleicht. Ah, nee, hier. Oh, mit was? Rechtes Stick. Okay, geil. Dann einmal Apfel und ab ins Getümmel. Ja. Ich bin zwar allergisch gegen Äpfel, aber egal. Äpfel, das ist ja echt schwer. Ja. Ich hab's schwer. Tut mir leid. Äpfel find ich schon echt ganz gut. Da wird man jetzt nur mal so flauen. Nee, also Äpfel sind für mich schon seit das beste Obst. Da bin ich aber auch langweilig unterwegs. Ich weiß, dass es wahrscheinlich objektiv nicht das beste Obst ist. Ach so, das ist gar kein Feind. Ja, links. Ja, da sind zwei Feinde. Ich stell sie auch mitten zwischen beide rein. Ja, ich, ich. Egal, ob sie ausholen oder nicht, dass sie sich auf jeden Fall treffen. Unklug. Ich geb es wohl zu. Ich kann seine Lebensattacke gar nicht sehen. Es ist schwer, geb ich zu. Ja, in dem Feuer. Ist er denn jetzt? So kann ich gar nicht wissen. Doch, doch, der ist jetzt gleich. Oh, guck mal, ja. Beide, beide super weak. Bam! Ja! Oh, mit einem, mit einem. Mit einem. Habt ihr das gesehen? Mit einem. Mit einem. Mit einem Streich. Einer oder keiner. Oh ja. Oh. Wir sind ja umgegangen. Hey, Kollege da oben. Oh oh. Oh nee, wieso hat er den nicht durchgehalten? Der war einfach zu... Au. Kein. Gut. Ja. Das ist lieb. Wir machen den Rundlauf. Fang mich doch, du Eierloch. Komm. Und dann steche ich dir hier noch. Sehr schön. Boah. Ist immer noch nicht weg. Komm. Jawohl. Schön. Na, kommt noch einer. Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Für feige... verweste Fluchgestalten. Bröcki, das Ding ist Solo. Ist ein Solo-Einzelspieler-Spiel. Wir hier zu spielen. Ah, komm. Ah, der hat ein Schild. Darf ich vielleicht mal die Stark-Attacke auch mal zwischendrin benutzen? Nein. Aber nur so ein... Bam! Weil da kann er das so ein bisschen... Genau, und dann taumelt er nämlich. Ja. Und dann ist geil. Ach, ich tue so. Das ist einfach... Das ist raus. Mach ich auch so einen kleinen... Also, schleichen und über diese Hänge... Da hatte ich mich so raus. Ah! Komm. Oh! Du hast auch echt noch mehr viel, ey. Komm. Ja, ja, aber ich will... Ja, komm. Ja! Uh! Geht... Vielleicht erst mal ein Süppchen vielleicht? Ja, ich denke auch. Boah! Okay. Drücke, um das Tor zu öffnen. Drücke, ne? Du musst drücken... Aber jetzt steht drücke... Achso, ich muss... Ich stehe nicht mehr... Das Tor, wo ist es? Ich weiß nicht... Was soll ich denn hier öffnen? Wo mag das wohl sein? Ach, das Tor, natürlich. Ganz klar. Jetzt können wir da runter. Spendte oder weiche aus. Und drücke, um einen Kombo-Angliff zu verführen. Das befordert mich. Ich bin auch dabei zu lernen, wie die X-Taste ist. Nein! Ah ja, okay. Oh nein! Man konnte tatsächlich... Das ist mir aufgefallen. Ich bin gerettet. Man konnte nicht die Schwierigkeit am Anfang einstellen. Nee, nee, nee. Das heißt, wir spielen das definitiv auf Experte. Es ist das schwerste Spiel aller Zeiten. Ich hab leider... Es war einer zu viel. Ich hab vergessen, wer von den dreien ich war. Das kennt man manchmal, dass man sich selbst ein bisschen vergisst. Ja, ja. Und auch anfällig für in jungen Jahren. Oh, das ist aber schöne Teamarbeit auch. So schön... Ja, das ist der Inbegriff von einem fairen Kampf. Haben wir den nicht ritterlich geteilt? Oh, was? So was von... Was? Da ist auch einer. Komm her. Spüre meine Ritterlichkeit. Du, Rigida. Der hat aber auch eine Riesenachse. Kackrecke. Oh ja. Glaubst du, der muss was Kumpel nehmen? Das muss mein Team machen. Oh, ich glaub... Das lass ich lieber. Ja, schönes Ding. Erlebt nicht mehr. Alle sind weg jetzt, außer mir. Ihr solltet nicht hier sein. Es ist zu spät für Märchen. Boah, was passiert denn da, Mann? Jetzt kommt unsere Vision nämlich zu tragen, die wir eben hatten. Wir werden gleich... Oh, war das ein anderes Schiff? Das war ja gigantisch. Es war ein Fels. Hm, okay. Nicht, ähm... Das, was ich gesehen hatte, aber das gigantisch bleibt. Okay. Sieht auch wieder sehr krass aus. Richtig schön. Also, das muss doch bitte die Hauptstadt sein. Wenn das einfach so ein... Wenn das so ein kleiner Nebenort ist, wenn das da Brücken dieser Welt ist, zum Beispiel, dann weiß ich nicht, wie die Hauptstadt aussieht. Okay, er ist auf jeden Fall Toad. Na, Seth schreibt es auch schon, es hat so ein bisschen Ringe der Macht-Vibes. Ja. Geh ich völlig mit. Freust du dich auf die zweite Staffel? Ich freu mich auf die Fantasy-Talks dazu. Mit Mara und Vogeln ziehen. Habe ich immer sehr gerne geguckt. Oh, dankeschön. Long live the King. He was a great man. And a good friend. I will mourn him. Ist das cool, am Grab vor dem zu stehen und zu sagen, lang lebe er? Denkt so ein bisschen... Ich glaube, wir wissen aber, wie er es gemeint hat. Ja, 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 ja. Ich glaube, das wollte er nicht, als ich für deine Vater hatte. Auch wenn er einen großen Pestilent hat, hat er zurückgekehrt, Lord Bauris. Ja, ich habe die Ruhmungen gehört. Sie sind nicht Ruhmungen. Auch jetzt riecht es die Isle of Sacra nur auf unserer eigenen Shores. Sie schrauben ihre Männer und ihre Frauen in ungesprächbare Dinge. Die Pestilenz ist ein Vergnügen auf diejenigen, die ihre Faith verloren haben. Is it now? How convenient. You question the Church? You're not the Church, Madrigal. You're just the tip of its spear. Enough. Whatever the cause of this sickness, I cannot allow it to spread. My father has been weak for many years. I will begin my reign doing what he could not. My king, you are grieving. I must recommend against any hatred. It's already done. Tomorrow, Madrigal Selene and her Inquisition will set sail for Sacra. I promise we will cleanse the island of this wickedness. Our new king's faith in the Church is well placed. Our king's faith was never in question. Ellsworth is a strong ruler, Your Grace. Sacra will recover. No. Sacra will be reborn. Okay. Jetzt müssen wir, was abgeht. This is my responsibility to the kingdom. Boah. With God's hands, we will reach into every corner of the island. Also mit großen Bildern geizen sie wirklich nicht. Nee. And bring it like a newborn babe. Screaming into the light. Das sind wir. Ich erkenne es in den Armen. Der Arme. Ja. Okay. Noch ein paar mehr. Oh nee, die sind nicht mehr so richtig eine Armee an Untoten. Oder an, naja, nicht ganz, wobei, das ist der Vogel, der sich da bewegt hat. Okay, das ist nicht mal mehr untot. Ja, die Untiefen. Riskant. Wie hast du das Inventory nochmal geöffnet? Sowieso, ne? Mal gucken. Wir haben wirklich nichts mehr. Wir haben nur noch die Lumpen am Leibe. Und vielleicht die vage Hoffnung darauf, unser Schwertchen oder unser Schädchen hier nochmal wieder zu finden. Wir gucken, Pilze einzusammeln. Jawohl. Wahrscheinlich. Ich habe nur noch das Kraut und dann können wir wieder eine Pilzhuppe machen. Wahrscheinlich können wir auch an... Oh, die Krabbe! Ja, die müssen wir auf jeden Fall fighten. Ja, man sieht es schon. Ich wette, an Feuerstellen oder sowas können wir nachher rasten und da dann neue Pilzhuppen machen. Ich glaube, es gibt aber... Also es ist nicht ganz so wie in... Wie bei den normalen Souls-Games, dass sie dann sofort aufheißen. Man muss immer diese Pilzhuppen machen. Oder wenn man auflevelt. Oder wenn man zu Checkpoints kommt. Ich glaube, das ist bei dem Game so ein bisschen anders. Ja. Das, was wir... Ja, okay. Das, was wir nicht gewohnt sind, aber gewohnt sind. Weißt du, was ich meine? Verstehe ich schon, ja. Das, was andere kennen. Ja. Wir nicht, aber wir kennen es ein bisschen. Wovon die anderen immer reden. Die coolen Kids auf dem Schulhof. Während sie uns... Ach, das würde ich lieber nicht aushören. Wie warst du auf dem Schulhof? Warst du so... Wechselhaft, würde ich sagen. Ja, wechselhaft. Ich hatte eine Phase, da war ich eher unbeliebt. Das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. No, doch. Nee, das kann ich nicht verstehen. Ich war dabei, ich kann es verstehen. Dass du vielleicht so ein bisschen ruhiger bist oder so. Das vielleicht, aber dass du dann so unbeliebt bist, finde ich weird. Ach. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, aber da ist viel passiert in der Schulzeit. Also ich war mal alle so ein bisschen dabei. Geh mal drauf mit dem linken Stick. Geh mal auf die Axt drauf. Geht nicht. Ach, da geht gar nichts. Äh, mit dem rechten. Ah, nee, nee. Okay. Jetzt. So. Jetzt habe ich sie wohl ausgerüstet. Nee. Nein, immer noch nicht. Nee. Doch, drücke, um den Baum mit der Axt zu fällen. Ja. Doch, da hast du sie. Okay. Also so Grundschule war alles cool. Ich fühle, es ist jetzt sehr schnell durchlaufen. Grundschule, alles cool. Bis siebte Klasse schwierig. Siebte bis neunte war ich beliebt, aber würde aus anderen Gründen sagen, ich war sehr unausstehlich. Und dann so ab der zehnten habe ich mit mir selbst Frieden gefunden. Okay. Ja, bei mir ein bisschen ähnlich. Ich würde sagen, Grundschule beliebt. Nee, Hälfte der Grundschule beliebt, dann fing das langsam an und dann ab der sechsten ist es bei mir, glaube ich, gekippt. Aber ich war ein großes Hormonmonster. Oh ja. Ja, das würde ich als Beschreibung klauen, auch für mich. Ja. Es ist halt auch einfach. Da geht ja auch jeder anders mit um. Das ist aber auch okay. Bist du jemand, der sagt, Schule, ich will wieder zurück? Nein. Ich auch nämlich nicht. Um Gottes Willen. Ich habe sehr schlimme Erinnerungen. Ich war sehr übergewichtig. Sportstunden war der absolute Graus für mich immer. Also, da möchte ich echt nicht mehr zurück. Ich bin sehr froh, jetzt hier zu sein bei Rocket Beans. Ich habe einen richtig geilen Job. Ich habe ein bisschen Zeit nebenbei für Fitness. Ich würde niemals tauschen wollen. Ich bin sehr happy. Mir geht das sehr ähnlich. Ich meine, was gibt es Besseres, Anton, als mit dir? No Rest for the Wicked. An diesem wunderschönen Freitagabend. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, warum das Gebiet Tiefen in seinem Namen hat. Weil das für Deep Talk irgendwie einlädt. Ja. Oh ja. Ja, noch ist es schön ruhig. Wir erkunden so ein bisschen. Wir gucken mal, was hier so ist. Ja, aber glaubst du, da geht es weiter oder? Ich glaube eher links, aber ich weiß es nicht. Meinst du, dann kann ich mich hier in Ruhe umgucken? Oder du kannst natürlich auch mal probieren, durch diesen Wasserfall. Ich will halt auf keinen Fall was verpassen. Ja, ich weiß. Dann guck doch einfach mal. Ja, okay. Da oben kannst du bestimmt hoch, wo es glitzert. Ja, aber die Frage ist, wo der Hauptweg ist. Das ist die große Angst. Das ist definitiv nicht der Hauptweg. Grimm-Wat? Grimm-Rettichwurzel. Aha. Haben die diese Märchen geschrieben? Ja. Gut. Haben wir hier irgendwas? Okay, warte mal. Das ist unser Charakterbogen. Ich finde unseren Namen schon sehr geil. Vyton Colleone. Baupläne Menü. Alles klar. Elende Schützenkappe. Die habe ich nämlich gesucht. Die können wir doch bestimmt... Ja, guck. Guck. Finde ich gut, ja. Also ich habe schon Leute so im Headcrash feiern sehen. hier in Hamburg. War ich noch nie drin. Echt nicht? Nee. Bin nicht so der Feiergehen-Typ. Nicht mehr. Allerdings verändert sich die Welt unaufhörlich. Also wird dieser Weg mit der Zeit verblassen. Besuche diese verschleitenden Regionen erneut, um neue Gefahren und Beute zu entdecken. Das finde ich gemein. Das ist ja so ein... Gehen wir noch da oben. Bitte gehen wir noch da oben. Da, wo es glitzert. Ah ja. Oh ja. Und jetzt können wir nämlich eine schöne Suppe machen. Wenn wir Feuer haben. Oder können wir das auch so... Nee, wir brauchen... Ist es schon eine zwingend unbändige Bedingung für Suppe, dass sie warm ist, oder? Nee. Nee. Nein? Es ist schon... Es ist nicht zwingend. Da geht es, glaube ich, weiter. Also zwingend ist es nicht. Aber es ist schon geiler. Aber wenn du... Wenn du... Also ich weiß nicht. Wenn du einfach zum Beispiel Kaffee mit... Also Kaffeepulver mit kaltem Wasser mixt. Es ist kein Kaffee. Nee. Der muss einmal heiß gewesen sein. Der muss einmal heiß gewesen sein. Ja. Und ich würde sagen, Suppe auch. Ja. Da gebe ich dir recht. Nee, stimmt. Da hast du voll... Also man muss es aufkochen. Aber wenn es aufgekocht ist, dann kann man es sehr, sehr gut auch mal kalt essen. Okay. Ich bin auch so... Ja, da bin ich ganz beides. Ich liebe auch kalte Pizza. Ja. Hammer. Aua. Kaltes Essen underrated. Nee, okay. Okay. Aber also ich verstehe noch nicht, warum ich... Ich habe ein absolutes Bedürfnis, diese Krabben zu töten und du lässt dir einfach... Ja, ich dachte, ich kriege vielleicht noch eine... Waffe? Das stimmt. Für diese Operation. Beifußgrad auf jeden Fall nehmen, ja. Geil. Okay, hier ist jemand. Der Käpt'n! Jetzt ist das meine Schuld, oder was? Ach, nur weil ich... Wir wissen noch von gar nichts. Nur weil ich das geträumt habe? bis jetzt ist nicht mein Lieblingsgespräch. Ich wurde beschuldigt und ich wurde angezweifelt. Was kommt als nächstes? Ach, und deine Mutti. Okay, ich glaube, der... Der ist auch los. Es kommt nicht mehr dazu, dass wir Rache annehmen. Neue Quest. Sakrament. Soll ich... Lesen? Äh, ja. Ich will sie einfach mal lesen. Aber... Gucken, was wollen die denn? Geht das denn? Oder kommt dann hier Kramomart und krallt sich in ihr Fleisch? Schau mal, der hat... Da hat es einen Angriff getriggert, auf jeden Fall. Man kann die, glaube ich, auch mit Blacker Faust. Ja, auf jeden Fall. Drücke während du eine Schaufel ausgaben. Umzugraben. Pass auf, ich erkunde erst mal zu Ende. Und dann gucken wir uns das bei der Quest an. Das ist ein Deal. Haben wir hier? Heute. Okay. Schleichen? Nee. Ah, okay. Wir haben den Rundlauf einmal vervollständigt. Hier können wir noch mal... Ich vermute schon, dass ich sämtliche Fässer am besten mal... Einfach mal... ...attackiere. Oh, da hoch geht's auch. Aha. Mhm. Auf dem... Ja, da... Ja. Ja, okay. Was soll ich jetzt hier? Nix. Stark. Es bewegt sich nicht mal. Ach, das ist halt der Baum, den du gefällt hast. Ich meine, du kannst da natürlich auch drauf einkloppen, aber... Naja, ein bisschen... Irgendwo muss das ja... Bicep. Schön. Gut. Du hast übrigens... natürlich recht gehabt. Was? Ich habe auch nie daran gezweifelt, aber trotzdem will ich das einmal bestätigen. Hier ist nicht der Hauptweg, sondern das muss ja da drüben die Brücke sein, die wir gesehen haben. Ja. Sprechend gucke ich mir jetzt hier nochmal den Aufgang an. Mhm. Schleichen müssen wir auf. Nee, es ist nur ein Wasserfall. Schade. Kein Fall von Items, die man finden kann, nur ein Wasserfall. Na schön. Dann zurück. Dann schauen wir uns mal die... Stopp, da... Da ist was! Da funkelt's, das ist wie der Kraut. Da oben. Wo gehen wir nicht hin? Ah, doch. Du bist echt... Du bist... Der Wind in meinem Segel. Ohne dich hätte ich hier... Hätte ich drei weniger Beifußkraut. Ich weiß zwar noch nicht genau, welche schrecklichen Konsequenzen mir dadurch blühen. Aber ich hab... Ja, weniger Suppe. Und weniger Suppe ist nie was Gutes. Aktivitäten. Ja, okay. Also, der Schiffskapiteln wir sollen versuchen... Das hat er nicht gemeint. Nee. Also, der hat das... Also, das hat er definitiv nicht gemeint. Naja, gut. Kannst du anzeigen? Da. Ah. Ah, nee. Aber, also... Aber wir müssen garantiert trotzdem über die Brücke gehen. Ja, ich denke auch. Macht uns überhaupt kass. Ich will dir auch das... Ich will dir jetzt nicht Unrecht geben, nachdem ich das Recht gegeben hab. Lieber jetzt einmal beim Irrtum bleiben. Ja. Aber jetzt bitte. Haut mal auf die Krabbe ein. Bitte jetzt. Ja! Krabbensalat! Könnt ihr ja wirklich gar nichts. Das erinnert mich so ein bisschen an das Pfeilkrabsvonier. Warte, da leuchtet's blau da oben. Gehen wir nochmal zurück. Rechts. Ach, da? Ja. Ah ja! Beute! Pfeilschwanzkrebs. Okay, das hat er dann wahrscheinlich gedroppt. Auch da weiß ich nicht, was es ist, aber ich bin gerade schiffbrüchig. Entsprechend alles, was möglich an Besitz zu nehmen ist, wird in Besitz genommen. Ab hier baue ich mein Imperium wieder auf. Komm her, Krabbi, Krabbi, Krabbi! Krabbi, 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 Krabbi! Äh, das erinnert mich an Ernie und Bär. Fischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimfischleimf pathischen, jungen Kapitän vielleicht looten. Was bist du? Da gibt's was. Gegenstand. Jetzt haben wir Brüderhüter, Zweihandwaffen. Zeuge, endlich. Aber ist nicht jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Ich weiß, wir sind ein bisschen früh dran. Aber ist nicht eigentlich jetzt der perfekte Zeitpunkt. Zu sagen, wir machen eine ganz kleine Pause. Und sind dann wieder da. Und danach machen wir unsere neuen Filetiergeräte. Und dann geht's weiter von der Quest her. Kleine Werbung. Bis gleich. Was machst du da? Ich zermal hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermalst Bohnen? Sag mal, bist du doch nicht völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Einen wunderschönen, ihr wunderschönen. Da sind wir wieder. Vitus, Anton, No Rest for the Wicked. A.k.a. Zwei Souls-Flaschen. Stellen sich hochintellektuelle Fragen. Hier kommt die nächste für dich, Vitus. Wie nennt man das, wenn man pausenlos von Kontrolleuren gepiesackt wird und immer wieder seine Fahrerlaubnis vorzeigen muss? Zeig's mir. No Rest for the Ticket. Und in dem Sinne machen wir weiter. Los geht's. Mit dem neuen Tötungswerkzeug, was wir kurz vor der Pause aufgesammelt haben. Und zwar zwei schnelle, kleine Klingen, mit deren Hilfe wir jetzt künftig noch viel besser mit den Krabben, die hier durch die Gegend fleuchten, zustande kommen werden, zur Rande kommen werden. Und die Gewichtsklasse bestimmt, was für einen Ausweichwanderer wir machen. Also haben wir wenig Gewicht, gibt's einen Schnellschritt, normales Rolle. Schwer ist eine langsame Rolle. Und wenn wir dann, verstehe ich das richtig, LB und RB gedrückt halten, machen wir einen Schulterrempler und das bringt den Gegner dann ins Traum. Das find ich irgendwie, ich hab das eben in der Werbung schon zu dir gesagt, die Attacke Schulterrempler klingt irgendwie, passt noch nicht so ganz für mich in dieses von Mordlust und Blut Dickicht, was No Rest for the Wicked eigentlich darstellt. Es ist so, Schulterrempler, ich bin als erster am Mayonnaise-Stand. Aber es wird wahrscheinlich seine Tödlichkeit nicht verfehlen. Also ich glaub, wenn du so einen richtig starken Schulterrempler hast, ich weiß, es gibt's ja manchmal so, du bist am Hauptbahnhof und dann hat's irgendjemand eilig. Und mir passiert's meistens eher, dass ich den dann total wegstoße. Also wirklich, also richtig so, dass ich mich entschuldige und richtig schlecht fühle. Ach so. Aber sagen wir mal, so du bist jemand, der hat das nicht. Ja. Das ist, glaub ich, schon ein starker Nachteil. Wenn du so einen richtig krassen Schulterscheck so austeilen kannst, das ist, glaub ich, schon ziemlich, ja, das bringt einen großen Vorteil beim Kämpfen. Anschleichen. Oh, das sind Feinde? Ich glaub schon. Ja, es steht doch, schleiche dich hinter Gegner. Was, da hat ein Feind überlebt? Oh ja. Oh! Alter, deine Augen. Alter! Deine Augen sind auf jeden Fall sehr viel besser als seine Augen. Vor allen Dingen ab jetzt. Fokus und Runen. Verbraucher erhaltenen Fokus. Um die Runen deiner Waffen zu nutzen. Ah ja, genau, aber wir haben ja jetzt auch gerade, also unsere Schwerter sind ja, glaub ich, einfach nur Normalstandard, also grau. Ähm, aber ich glaub, das sind dann die Waffen, die am meisten anpassbar sind. Und das ist, glaub ich, das. Wir haben jetzt aber ja, wir haben jetzt ja eine Doppelwaffe. Das sind ja zwei Schwerter, die einem Stack angehören werden. Will ich jetzt, welches Schwert magst du lieber, das rechte oder das linke? Was ist dein Lieblingsschwert? Welches unserer Kinder möchtest du mit der Runen ausstatten? Das ist ja irgendwie... Sie werden wahrscheinlich beide ausgestattet. Welche, also wirklich, du hast Zwillinge und einem von beiden gibst du den coolen Namen mehr oder weniger jetzt und das andere nennst du Anton. Das stimmt. Okay, aber... A, B, X oder Y für Rune einsetzen, Waffenhandbereitheiten, L, B oder R, B? Ja, mach das mal. Ja, erst mal müssen wir schließen. Ich versuch's. Jetzt L, B, R, B und... Mach mal X. Ne, guck mal. Jetzt L, B... Es geht... Guck mal, es geht sogar nur. Ich hab uns nur... Ja, ja, das seh ich schon, aber ich hab... Ich kann nicht... Jetzt haben wir's. Ob ich L, B oder R, B nehme, ist egal. Ach so. Das gilt als eine Waffe. Weil es sind ja die Zwillinge. Also, das ist gut, dass wir das jetzt wissen. Aber wenn man zwei verschiedene ausgerüstet hätte, dann wär's dann R, B. Ja. Okay. Apropos, noch mal zum Thema Schulterrennenplatz zurück. Ich befürchte... Da glitzert's. Ich befürchte, ich war wieder offensichtlich ein Tollpatsch in der Werbung. Der Chat läuft gerade schon wieder nicht. Wahrscheinlich ist es meine Schuld. Ich weiß es nicht genau. Aber falls jemand von der Regie uns helfen könnte, das wär ganz fantastisch nett. Und es tut mir sehr leid, lieber Chat. Das passiert da auch. Hast du das schon wieder rumgefummelt? Ja, es sieht so aus. Wirklich. Also, Leute, Anton, ne? Ja. Wenn ihr denkt... Ich hab eben meine Schulter so und zack hat der Chat... Vielleicht hat er auch Angst. Der fummelt. In der Redaktion. Der fummelt bei mir. Der fummelt überall. Das wird uns behalten. Ja. Ich steh ja auch ein bisschen drauf. Muss ich mir sagen. User. Ja, toll. Geh doch noch mal zurück. Da haben Sachen geglitzert an. Ich find es furchtbar, dass ich so viel übersehe. Was ist denn los mit mir? Jetzt da hoch. Geh mal erst mal da hoch. Da hoch? Ja. Halt dich mal links und jetzt geh mal links hoch. Weiter links hoch. Alter. Weiter, weiter, weiter. Nicht da hoch. Wollen wir wieder runter? Und jetzt wieder weiter links. Ah. Das sind Tue. Aldi, jai, 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 jai. Geil. Oh. Ja. Was haben wir da? Wir haben Beute. Rüstungsbruchstück. Waffenbruchstück. Geil. Meine Herren. Ab ins Inventar. Kann man das Rüstungsbruchstück direkt anlegen? Ich glaub, da kann man wahrscheinlich eher eine Rüstung machen. Was haben wir denn da? Kiefernangeln. Kiefernangelrute. Bau die mal da rein. Hau die mal da rein. Das Spiel ist wirklich überragend komplex. Also du hast dieses Runensystem. Du hast die sich immer wieder verändernden Karten. Diablo, dass du auch neues Loot bekommen kannst. Also Diablo ist jetzt meine erste Assoziation dazu jedenfalls. Du hast Waffen. Du hast noch Crafting-Grundlagen. Ja. Ist crazy. Das ist ja fast noch heftiger als bei Rise of the Roman. Und da war ich schon überfordert. Ja, aber das liegt auch ein bisschen an uns. Ja, natürlich. Also das Spiel kann ich da wieder runtergehen. Ich kann nicht für Blödheit verantwortlich gemacht. Also erstmal normal runtergehen. Und dann gehen wir, siehst du, das ist da links unten. Da glitzert es wieder. Geil. Aha, ein Feilschwanz-Krebs. Lecker. Lecker, schmecker. Ne, da ist nix. Okay, wir können die Aufteilung beibehalten. Du siehst, wo Loot ist. Und ich töte, was noch gut ist. Stark. Zum Beispiel den. Ja. Da ist jetzt unser Feuer. Und da können wir mal richtig schön ein bisschen Süpfchen kochen. Mahlzeiten, Gesundheit. Da sind alle Buzzwords drin, die ich mag. Und da ist noch der glitzert. Da ist es am glitzern. Noch ne Truhe. Aber das ist ne kleine Truhe nur. Muss man sagen. Ah ja. Und da kann man noch mehr. Ne, nimm mal alles. Noch mehr kochen. Meinst du, es gibt ne Inventarbegrenzung? Nicht. Ja, aber wir werden schwerer. Rezepte. Pilzsuppe. Es geht, hallo. Danke, danke schön. Wie viel Pilz? Guck mal, wir haben... Wollen wir acht machen? Wie viel... Also, wir haben jetzt über Fisch gesprochen und sowas. Aber Pilzsuppe können wir uns drauf einigen, oder? Voll rein. Ich liebe Pilzsuppe. Find die auch lecker. Ähm... Das war... Die erste Pilzsuppe, die ich je hatte, weil ich war sehr picky als Kind, aber da hab ich Räuber Hotzenputz gesehen. Und da gibt's ja diese Pilzsuppe mit Deliver. Ah, ja. Und dann wollte ich die unbedingt haben, weil ich auch dachte, ich würde dann so... Mein Bauch würde so auseinander. Ist nicht passiert, aber... Pilzsuppe als einer meiner Lieblingssuppen ist definitiv geblieben. Sehr lecker auch. Auch mal danke an Jannis, der jetzt grad hier versucht, in seinen Chat zu fixen, damit wir euch wieder lesen können. Ja. Nee, find ich wirklich. Danke dir, Jannis. Wirklich lieb. Anton musste ja wieder rumfummeln, Leute. Kann seine Finger nicht... Was ist da denn? Kann ich da rüberhüppen? Ja, bestimmt. Ha! Ach, ich bin so ein Athlet. Ist er. Ist er wirklich, Leute. Athlet und Anton haben nicht umsonst den gleichen Anfang zu gestorben. Haben meine Eltern zumindest gehofft. Wir haben ein neues Schwert. Jawoll. Noch mehr Rüstung. Ah, das ist zur Klingel. Ja, jetzt hätte ich natürlich gern meine Ruhmung noch übrig. Und die kommen auch bestimmt noch als Zweite. Ach so, das kann auch so. sein. Oder? Oder nicht? Ich glaub schon. Du verfügst derzeit nicht über nötige Stufe oder Fertigkeit, um diesen Gegenstand anzulegen. Welche Fertigkeit... Welche Stufe brauch ich denn dafür? Anforderung 11-11. Okay. 11 Stärke und 11 noch irgendwas. Wahrscheinlich Geschicklichkeit. Wir können ja aber mal leveln vielleicht auch. Wir haben doch eben... Ja. Nee, Fertigkeitspunkte 0. Doch, geh mal stärker. Geh mal stärker auf 11. Ach so, wir haben 0. Ja, steht Fertigkeitspunkte 0. Aber ich dachte eigentlich, wir wären eben irgendwo hin aufgestiegen. Egal, dann nehmen wir das jetzt erstmal mit und können es gleich ausrüsten. Ja. Ja gut, ich lasse es auf keinen Fall liegen. Nicht mit mir. Und da oben ist nochmal eine Kiste. Ja. Da oben meinst du? Da, ja. Ja, ich versuch's nochmal. Ich musste dringend mal duschen einfach. Kann ich da jetzt nicht, danke. So, und jetzt? Balken, Balken. Ja. Ja. Sehr gut. Ich hätte das nicht geschafft. Ich wär safe runtergefallen. In der Realität wär ich da auch runtergeputzt. Nein. Weiß ich nicht. Lass uns darüber nicht balken. Da ist nochmal eine Leiter. Ist da ein Hochklettern möglich? Siehst du etwas? Ich seh nichts. Okay, dann lass ich... Mein Adler auch. Ah, der Chat, da ist er wieder. Der Chat ist wieder da. Vielen, vielen Dank. Yannis sei Dank. Hallo, Chat. Yannis ist ein bisschen kamerascheu, Leute. Der war auch bis jetzt nur einmal, glaube ich, bei Wehrwolf und bei... Du bist. Und beim Superbowl, ja, stimmt. Yannis ist tatsächlich ein sehr guter... Kollege von mir. Die Definition von Kamerascheu. Ja, das ist schön, ja. Oh. Äh, haut's euch mal rein. Vielleicht, wenn ihr das so ein bisschen mögt... Das war der erste Tod. Oh nein, wo sind wir? Oh nee, schau mal, wie weit weg wir jetzt sind, Anton. Ich hab vergessen, dass man nicht ewig schwimmen kann. Aber auch ohne Vorwarnung. Also, Controller wackelt nicht ohne Vorwarnung. Also, du musst ja nicht alles wieder neu einsammeln, oder? Nein, wir haben alles. Aber das ist echt. Also, das war jetzt... War nicht nur ganz nötig vielleicht. Nee. Das war echt unnötig jetzt. Und ich hab das grad so genossen, so ein bisschen zu chillen. Die dabei zuzugucken. Das ist eins von diesen Let's Plays, ja? Wo die Person, die den Controller kriegt, unzufrieden darüber ist. Nee. Alles klar. Nee, nee. Kannst du vielleicht diesen Pfosten da hauen, sodass die Leiter da runterkommt? Ich versuch immer nur irgendwas mit Schwerkraft zu lösen. Ja. So. 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 Jetzt bestimmt. Äh. Alles muss versteckt sein. Aber du musst doch bestimmt da drüben irgendwo hinschwimmen. Also, ich will dich jetzt natürlich nicht in denselben Fehler labern. Ich glaube nicht. Weil, wo, wo, wo sollten wir da jetzt links hinschwimmen können? Das siehst du ja, da sind ja überall Felsen. Nirgendwo. Oh, Wirt, raided. Nice. Danke, Wirt. Grüße gehen raus. Schön. Schön, dass ihr da seid. Wirt, wo müssen wir lang? Wirt. Wirt, sag mal. Wo müssen wir jetzt hin? Also, offensichtlich. Sollten wir irgendwie, naja, also, ich geh jetzt mal wieder hoch hier. Also, sonst da hinten bei der, aber da ist ja nur ein Bonusraum. Der hat einfach nur. Gut, man muss übrigens der Fairness-Hiver natürlich mal sagen, unser Quest-Ziel ist in die andere Richtung, ne? Nee, das, das muss das sein. Oben lang, aber nicht da, sagt Paper. Okay, Paper Coffee. Nicht da lang, sondern da lang. Also, besser kann ich es dir auch nicht sagen, tatsächlich. Nein, wirklich, also, ja. Hatten wir denn irgendein, also, war dieses Sterben jetzt schlecht für uns, oder? Das ist eigentlich relativ Wurst. Ich hab bisher noch keinen negativen Effekt gesehen. Gut, doch, die Leiste. Ah ja. Die Seemannsfeste, riskant auch wieder. Die Leiste über der Lebensleiste, die ist jetzt erschöpft. Aber gut, das ist auch schon 19.25 Uhr oder so. Wir erheben uns. Warum hassten die uns eigentlich direkt? Was, was an uns sieht so aus nach dem Credo, den muss ich sofort auseinandernehmen. Schön. Ich mach doch, ich blocke doch. Oh, die grüne Leiste füllt sich übrigens wieder. Sehr schön. Ich will mal ganz kurz was... Ach nee, wir haben ja kein Schild mehr, ne? Deswegen brauch ich den auch gar nicht so. Nee, kein Schild. Nur diese beiden schnellen Klingen hast du gerade. Und wenn du noch ein bisschen mehr XP sammelst, kannst du vielleicht das Azurschwert, was wir vorhin gefunden haben, ausrüsten. Oh, der ist aber auch nicht so unflink. Oh, nee. Flink und Schild, das ist grob ungerecht. Du machst das gut. Du machst das gut. Du hast nicht mehr viel Leben. Du machst das nicht mehr lange. Aber du machst das gut. Schön. Genau zur richtigen Zeit. Okay. Ah ja, Sprinten und dann Comboangriff. Das hab ich wieder vergessen. Gegner können auch gleich. Okay. Sprinte. Ah, und dann hast du einen Comboangriff. Okay. Muss ich mir merken. Geh mal jetzt rechts, links. Ich glaub, da oben ist nur so ein kleines Bonusgebiet. Oben? Da links das. Geradeaus? Auch nur? Also ich würd sagen, rechte Treppe geht's weiter. Hier die linke Treppe, Bonus. Und ja, die Abzeugung nach oben kann ich dir noch nicht sagen. Schrottbombe. Wo hab ich das? Wo ist das jetzt? Hier. Kann geschleudert werden, um 30 Schaden auf das Zahn zu verursachen. Okay. So wie da jetzt gerade? Ja, gut. Ich dachte halt mit Verwenden, dass ich das halt dann aufgerichtet habe. Und nicht, dass das im Inventar dann hochgeht. Ja, ey, komm. Es war ja, also im Prinzip, Schrottbombe klingt erstmal gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, unter der Führung von Disney hat sich Star Wars zu einer Schrottbombe entwickelt, dann würdest du ja nicht sagen, geil, will ich behalten. Von daher, vielleicht war das eine gute Tat, die du vollbracht hast. Also wir wollen ja jetzt wieder zurückrudern, ne? Wir wollen ja jetzt wieder besser produzieren. Ja, ich bin ja auch, ich bin ja einer der letzten, ähm, ach vielleicht der letzten, aber ich bin ja eigentlich noch an Bord, weil Dave Filoni noch an Bord ist. Und ich liebe ja seine Sparierenden. Der ist auch absolut der Obergy. Ja. Alvito ist eigentlich auch ein eigener Twitch-Kanal. Nein. Also doch, ich habe einen, aber ich habe ewig nicht gestreamt. Okay. Da hört ihr es, da hört ihr es unter Hosenwicht. Aber vielleicht streamen wir ja mal gemeint in irgendeinem Koop-Spiel oder so. Ja. Hab eigentlich Lust. Elden Ring im Koop ist ja gerade hoch im Kurs. Ähm. Das hat auf jeden Fall Koop, aber ich habe, glaube ich, sonst außerhalb von hier noch nie so es gemacht. Ja, das wäre auch cool, oder? Die Souls sind dann auf Twitch. Ja, das stimmt natürlich. Ja, also, also, ja. Ich brauche eh schon immer super lange für Videospiele. Mann. Nimm doch mal seinen schönen Bogen da weg, ey. Ja, das war, war das so geplant? Das war ja der Hammer. Wie habe ich das gemacht? Haha, mach das nochmal. Stürmeraufstieg. Menüauswahl öffnen. Geil. Wie passend, kurz vor der Treppe einsteigen. Okay, jetzt machen wir das hier und, ich glaube, Intelligenz. Und dann haben wir jetzt schon dieses Schwert. Hast du noch immer einen Punkt frei sogar. Okay, jetzt, also, ich möchte unbedingt dieses Schwert benutzen. Das heißt, die beiden haben wir jetzt. Du darfst dir sehr gerne die anderen beiden. Ne, den anderen aussuchen. Äh, Ausdauer. Geil. Einfach, nachdem, wo wir bisher an die Grenzen unserer Möglichkeiten gestoßen sind, sind das, glaube ich, die drei Attribute. Hammer. Ich finde das sehr, sehr geil. Und? Sieht echt spannend aus, was wir da um uns tragen. So ein Lumpen. Jetzt haben wir auch das Ding in hier. Huhuhuhu. Geil, ey. Kannst du jetzt die Rune darauf, oder hast du was gerade gemacht? Das habe ich gerade gemacht. Geil. Ist die jetzt für immer weg? Ich glaube, du kannst die Rune wahrscheinlich auf jedes neue Schwert setzen. Das ist geil. Das ist echt nice. Ich liebe ja auch alles, was brennt irgendwie. Häuser zum Beispiel. Ne, ich bin Florentin. Da ist ja direkt dran. Da kannst du noch da diese ganzen Kisten, kannst du auch noch zerstören. Scheint zwar nichts zu bringen. Oder kannst du da vielleicht sogar so ein bisschen wie in anderen Spielen so durchdashen, durchrollen, dass du das nicht immer mit reiner Muskelkraft lösen musst. Ne. Gut, das Feuer ist leider erlöschen. Aber auch Regen. Okay, wollen wir da jetzt runter? Ja, damit machst du, glaube ich, den Shortcut. Runter zu der Treppe, die wir eben noch nicht bewegen konnten. Dann kannst du ja künftig das alles umgehen. Ja, guck. Schwer. Au, da ist er im Gang. Ja. Hab's gesehen. Oh, ey. Also das, das ist ja der Hammer, ey. Okay, lass mal lesen. Während ich durch den fauligen Morast, Roste, Raste? Ne, Morast, Raste. Ah ja. Erheben sich die Nies links und rechts von mir. Die Pestilenz hat ihren Verstand verrotten lassen. Und das saure Wasser hat ihre Extremitäten den Rest gegeben. So dass nur Raserei und Blutdurst verbleiben. Meine einzige Hoffnung war, festen Boden zu erreichen, um mein Schwert zu ziehen und mich in ein letztes Gefecht zu stürzen. Selbst wenn ich sterben würde, so würde ich mich doch weigern, meinen Leichnam diesen widerlichen Gewässern zu überlassen. Aus Abenteuer in der Wildnis von Suli Froth. Das würde ich kaufen. Das habe ich geschrieben. Suli, bist du es? Was bringt es wohl, dass wir das gelesen haben? Ist das einfach eine Information über die Welt? Ja. Ergibt sich daraus eine Hintergrundgeschichte? I doubt it. Haben wir daraus Intelligenz ziehen können? Nein. Das hätte uns gut getan. Ich glaube nicht, dass wir das sagen. Hier geht es nicht lang. Da bist du ein Item, ne? An der Außenwand kannst du lang. Über die Balken. Wenn du jetzt in diese Richtung, wenn der sich jetzt auf uns zubewegt. Nein, da nicht. Da besser nicht. Ja, der Weg. Ah! Den finde ich nicht schlecht. Kupferspitzhacken. Na also, wenn wir jetzt nochmal sterben, können wir schön am Strand hacken. Hacken. Wichtige Hacker sind wir. Sagen, in Jurassic Park 1 ist das immer noch so synchronisiert mit, ich hacke mich in den Computer. Ich bin eine Hackerin oder so, sagt sich das. Der meint es aber ernst, wenn er mit seiner verdammten Armbrust da schon ausschlägt. Mann! Oh, du bist relativ schlecht bei Gesundheit. Ohohohoi! Alter! Ey, das war Skill. Gut. Ey, also... Dieses Armbrust, das packe ich irgendwie nicht. Das ist... Das ist Kacke. Das gefällt mir nicht. Das glitzert doch. Warum kann ich denn da nichts machen? Das ist ja hochspannend. Siehst du das? Das ist da so ein bisschen... Ah, nee. Okay. Das ist einfach so sein Gewalt. Nee, ich glaube, das ist... Der hat einfach nur... Der hat so Leuchtschuhe an. Weißt du? Wie früher. Diese Schuhe mit Blinkmechanismus drin. Schlüssel-Westbrücke brauchen wir. Naja, okay. Nix. Wahrscheinlich führt dieser Pfad übrigens auf den Hauptpfad zurück. Auf diesen... Auf die Abzweigung rechts. Weißt du? Weil man jetzt die Kreuze nochmal vor Augen ruft. Oben, links, rechts. Oben und rechts führen bestimmt so zusammen. Alle Wege führen nach Rom. Da kannst du dich wieder an der Ratte rächen. Jawoll! Radikal umgehauen. Darauf hast du nur gewartet. Ja. Ehrlicherweise wirklich seit dem ersten... Seit der ersten Konfrontation. Seit dem ersten Tanz mit dem Ungetier. Was macht das? Flüstern. Ausruhen. Ja, geil. Das machen wir, oder? Ich glaube, ich bin schon wieder in den Chat gekommen. Mann, ey. Ich bin aber auch ein Trollpatsch. Aber was soll das denn auch? Also wirklich, dass du immer rumfingst. Es tut mir leid. Naja, ist egal. Hast du jetzt gerastet? Ja, ne? Okay. Oh. Alter, der besteht ja aus Pilz... Ist das... Hat der einen Pilzhut auf? Ey, ich... Aber es regnet, das wird schon... Nee. Und ich kann auch keine Pilzsuppe... Oh, jetzt. Alter, was soll das denn? Aber das habe ich mir nicht eingebildet, oder? Der bestand zu 70% aus Pilz. Das ist... So würde ich meine Jugend am Wochenende beschreiben. Boah. Ey, was soll ich denn da machen? Du hast... Also... Das... 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 Du darfst nicht einen einstecken jetzt. Krieg mal hin, Frank. Du kannst dich auch einfach heilen. Fuck. Ich liebe das Risiko. Ja. Guck dir diesen Üz von Nix an, den du da hast. Was ist das? In der Killcam wird der jetzt gleich sehen, wie wenig Leben du nur noch hattest und wird sich ärgern, dass er dich nicht mal mehr am C verletzen konnte, oder so. Tja. Aber ich würde da gerne hin, da oben drauf. Fassfleisch. Meinst du mal... Ah ja, klar, kannst du... Ja, schön. Leute, gefallene Glut, was ist das? Das ist wahrscheinlich so ein bisschen... Scheiße. Da haben wir... Ein glimmiges Fragment unbekannter Herkunft. Okay, nee, scheint sich... Stand jetzt nur als Verkaufsgegenstand zu eignen. Ähm... Wo gehen wir denn jetzt weiter? Ist da in die Richtung noch was? Da war ein Item, ne? Oder? Da, ah ja. Und eine Wand aus Knochen. Leute, wir haben eine Hose! Na endlich. Oh Gott. Immer schlimm, den Arbeitstag ganz ohne das Ding bestreiten zu müssen. Die Kämpfe mit Hose wären bestimmt angenehmer gewesen. Hast du noch ein Fass übrigens? Ich weiß nicht, ob in diesen Fässern irgendwas lootbares drin ist. Okay. Stark. Jetzt weiß ich's. Freifußkraut. Aber wir haben doch gar keinen Hund. Ja. Das stimmt. Das sind nicht meine liebsten Haustiere, muss ich sagen. Ja, ehrlich. Ja, ich bin ja generell aber auch kein Haustiere. Von daher. Leute. Das hat er jetzt grad nicht gesagt, ne? Sag mal, das ignorieren wir jetzt. Hat er mal. Hat auch noch eine Geschichte. Ein gut erzogener, normaler, lieber Hund ist das Beste auf der ganzen Hunde. Ja. Da lass ich auch nix rankommen. Ich mag aber auch morgens ausschlafen und nicht raus müssen. Ich hab mal zwei, drei Tage, das war eine sehr schöne Zeit. Das ist noch gar nicht so lange her, auf so einen kleinen Mobs aufgepasst. Und, äh, ich fand's total bewundernswert, wie dieses Tier morgens um sieben Uhr wirklich begeisternd ins Schlafzimmer kam zu meiner Freundin und mir und meinte, ist das nicht geil? Mich gibt's, euch gibt's, den Tag gibt's, lass was machen. Ja. Und das ist irgendwo ansteckend, aber dann stellst du halt fest, naja, dieses, ist es doch nicht so ansteckend, dass ich jetzt aufstehen könnte. Ja. Das ist wahrscheinlich eine reine Gewöhnungsfrage, aber ich, ähm... Es kommt auch auf die Rasse drauf an, es gibt aktuelle Rassen und was er gewohnt ist, ne, wahrscheinlich ist dann der, der Besitzer dieses Mobs, das ist dann wahrscheinlich auch eher früh aufgestanden. Ja, ja, tatsächlich, die, äh, die Besitzerin steht da recht früh auf. Ja, komm, also die, die Kurzfassung der Geschichte, die mich von der, mit dem, mit dem, ähm, der Spezies Hund nachhaltig entzweit hat, ist, ich war drei Jahre alt. Äh, alles, also zwei Jahre alt, Gräten. Ja. Drei Jahre alt. Zwei Jahre alt. Zwei, ich war eine schwierige Kindheit. Und wir, ich war bei den Nachbarn im Garten, wir hatten einen Pool, da bin ich schön drin gepaddelt, wie man das so mit drei halt kann. Und, ähm, wie man auch so mit Dreifeltner unterwegs ist, bin ich da in kompletter Adamsgestalt unterwegs gewesen. Also da, da, äh, ein Unterhosenmodel war ich zu der Zeit nicht. Und dann steige ich in Adamsgestalt aus diesem Pool und der Hund, glaube ich war noch recht jung, kommt begeistert auf mich zu. Und ich kannte keine Hunde bis zu dem Zeitpunkt und war eingeschüchtert und bin weggelaufen. Und der Hund hat gedacht, das ist aber witzig. Da laufen wir mal hinterher und dann laufe ich da in dieser Adamsgestalt natürlich mit, mit, mit allem, was so da ist, auch noch vielleicht interessant schlackernd für den Hund, laufe ich da durch diesen Garten, drei, vier Runden, bis irgendwann ich mit nackten Füßen in die Hundekacke von dem getreten bin. Okay, aber, er hat jetzt, er hatte, er hatte jetzt keinen Gefallen an der Wurst, die Hunde. Nein, nein. Er hat jetzt keinen. Er hat nicht, er hat nicht geschnappt oder sonst was, aber trotzdem, ich, äh, soll ich ihn machen? Ja, du, du bist jetzt ran. Trotzdem war das einfach, ähm, war nicht der beste Start. Ja, okay. Aber hey, nur mal in die Kacke getreten, das passiert halt, ne? Ja, das war ja nicht das Einzige an der Geschichte. Ja, das stimmt. Wenn's nur das gewesen wäre. Aber sagen wir mal so, das wird dir heutzutage nicht mehr passieren. Ne, das wird mir heutzutage wohl nicht mehr passieren. Aber ich hab halt dann ja, mich jahrelang sehr, also ich hab mich auch, ist bis heute manchmal noch so, dass ich mich erschrecke, wenn Hunde bellen und so. Auf jeden Fall. Ist auch ganz normal. Aber ist schon okay. Nimm doch das Kraut jetzt. Wir verstehen eben das. Ich muss doch da hinten weinen. Ach so. Wir verstehen uns. Aber da gab's ja auch noch. Ach, da gibt's auch noch. Oh nein! Wieder so ein Pilsboy. Ey, also das, die... Boah! Huch! Hab das gemacht. Du machst immer so krasse Kombos. Das hast du auch schon bei Rise of the Rolling gemacht. Find ich krass. Das hast du mir sowas von... Ah! Ey, das ist so gemein. Diese Flammen, Mann. Uuuh, boy! Okay, die hauen ja richtig auf die Umme jetzt mittlerweile. Ich glaub, wir müssen gleich mal wieder erst mal kochen. Weil wir haben nix. Ey, der lebt ja noch! Wir haben keine Suppe mehr. Alter! Wir müssen gleich kochen gehen. Wir haben so'n Ding. Ausrüsten, ausrüsten. Geil. Inventory. Elendisch. Es ist alles elend hier. Aber wir können's nicht ausrüsten, oder? Doch, ich hab's schon an. Jetzt guck. Boah, geil. So. Steh ich drauf. Jetzt ist das mit diesen Brandblasen auch eine ganz andere Sache als vor allem noch. Eben. Drei Fußkraut. Da ist ja noch mehr rein. Geil. Dass es diese Barriere gibt. Mehrkraut. Ist das auch Beifußkraut? Ja. Ah, okay. Geil. Ich hoffe, das schmeckt gut in der Suppe. Schmecklich. Oh, Mann! Oh! Okay. Ja, so fühlt sich das an. Okay. Okay. Nimm es! Boah, das war saubdumm. Ich will Suppe machen. Wo war noch mal Suppe? Da lernen, glaub ich. Okay, jetzt hab ich mich einfach absolut... Das hat richtig die Vibes, wir tappen gleich in die Falle. Und fertig aus. Yep. Ich hab mich auch jetzt schon verirrt in diesem Gebiet. Ich bin relativ desorientiert. Darunter, genau. So... So. Schönen Süppchen. Aber immerhin... Rise of the Roland hat nichts verändert. Wir bleiben Flaschen, wie wir es schon je und eh waren. Gut aussehende Flasche. Ich glaub, das bringt noch nichts. Nee. Wir sind noch... Ich wollt's nur mal lesen. Ach so, ach so, ach so. Wir sind noch zu unwissend, um zu wissen, wie man Fleisch brät. Das ist einfach zu kompliziert. Hä, muss ich jetzt wenden? Und... Hä? Legt man das da jetzt rein? Oder da drüber? Ähm, ich würd gerne... Ja. Ausrüsten. Du brauchst glaub ich nicht machen. Ja, aber... Ja, doch. Weil da vorher waren nur Pilze irgendwie. Ja, wenn du... Aber dann kannst du ja wieder nach oben drücken. Weißt du? Oh! Schau mal, wir sammeln direkt das Kraut. Und dann können wir nochmal... Echt? Haben wir kein Kraut mehr gehabt, oder was? Ja. Wir haben mehr Pilze als Kraut. Ah. Finde ich auch irgendwo Kraut und Rüben. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich dachte da eher an ein... Also quasi Pilz ist ja... Ist ja auch, wenn man unreine Haut hat. Ich wollte in die Richtung gehen. Okay. Was? Kannst du da eigentlich diese Rampe noch hoch, die man kurz gesehen hat? Das Ding da? Ah, guck! Das hätten wir fast ein Möbel. Heilige Gefangenbeine. Das ist mal ne Hose. Ne, 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 guckst du das hier? Na, das schade nicht. Welche Hose? Die da. Die besser? Bestimmt. Ne, die... Da gehen ja die Pfeile runter, oder? Aber wir sind leichter. Also wenn wir die nehmen, sind wir leichter. Aber die Werte gehen runter. Stimmt, das ist doch so ein richtiger Waffenrock, den wir gerade tragen, ne? Mhm. Ja, ne, komm. Wir bleiben bei dem, was wir haben. Ich glaube, wir sind auch gerade schon schwer. Kannst du hochklettern, glaube ich. Oder... Ne, kann man vielleicht... Doch nicht. Doch! Ah, da rechts. Gut. Ach, ich hatte keine Ausdauer mehr. Ich depp. Vergesse ich aber leider auch ständig, dass man da ein bisschen... Okay, warte, hier ist ein Item. ...beachten sollte. Das war auch echt... Also ich fall so oft in Spielen runter, ich bin... Was war das? Schurkentuniker? Schurkentuniker. Hier kommen wir eh nicht lang. Hier waren wir eh... Ja, ja, ja. Ähm... Wollen wir uns die uns mal eben anschauen, die Schurkentuniker? Guck. Die ist sogar ein bisschen besser. Schaut auch geil aus. Ja, nehm, lass sie mal nehmen. Oh! Das war die Kontrollervibration. Aber gut, die hilft ja auch nicht. Also eben, als die Ausdauer niedrig wurde, hast du da was gespürt? Ne. Siehste? Ist auch wirklich... Ist es pure Verzweiflung. Es geht mir auch zu, Chat und Leute in den BOD-Kommentaren, wenn man sich dann wünscht, dass das Spielab noch mehr Hinweise darauf gibt, dass man es schlecht spielt. In der Wagenhoffnung, dass das eine Besserung herbeiführt. So, ich versuche jetzt nochmal hier lang. Ja, gerne. Einmal die Rampe. Dann die Knochenfelsen da entlang. Oder ist das Lianen? Ich kann es dir nicht sagen. Dann nach rechts. Oh, die Ausdauer. Ach, das ist auch der Balken da. Uhuhu. Punktlandung, würde ich sagen. Und dann könnte ich jetzt hier... Oh nein! Den hab ich nicht gesehen. Oh, nee. Vorsicht! Sehr low. Sehr, sehr low. Das ist ganz schön schwierig. Das ist echt schwer. Das ist alles ganz schön... Das ist wirklich schwer. Das ist echt nicht leicht. Aber wir haben jetzt genug Suppen. Egal. Das stimmt. Haben wir schöne Suppen, schön gekocht. Aber heißt es ja eigentlich Don't get high on your 1 supply, ne? Wo heißt es? So, ist es nicht Drogensprich? Pass auf, dass du nicht dein eigenes Zeug nimmst. Und davon... Die Anti-Tuku-Salamanca-Idee. Ey, der ist richtig doof. Weißt du was? Ich mach das nicht. So doof. Aber du musst es machen. Ich brenne jetzt erstmal in Ruhe aus. So. Nimm mir das Item mit. Vielleicht... Ah ja, Speisesaal. Okay. Vielleicht... Möchte ich doch leichter sein. Irgendwie dieses... Lass mal was abwerfen. Die Lumpen. Lass die mal abwerfen. Weg. Meinst du... Ach, meinst du, darin liegt's? Gar nicht, wie viel unsere Item-Gegenstände an uns dran wiegen? Beides, oder? Können wir mal versuchen. Lass mal... Wegwerfen. Wegwerfen. Ja, wir sind ja schon normal. Unten. Unten rechts. Normal. Ja, jetzt hab ich glaube, ich hab aber auch gerade... Hä? Ne, wir haben die weggebrochen, sind jetzt normal. Guck mal, wie wir aussehen jetzt. Ich hab auch unseren ganzen Anzug weggeschmissen. Oh. Ach, du hast sie jetzt ausge... Nee. Ich check's gerade nicht so hundertprozentig. Mach mal anlegen. Okay. Ist immer schwer. Okay. Jetzt mach ich mal weg... Ich mach nochmal wegwerfen. Zerstören. Ja, komm. Komm, zerstören. Nee, okay. Das hat jetzt nichts geändert. Nee, ich sag's ja... Wenn er die hier... Ja, die ist auch schwer. Wo siehst du unser Gewicht? Ach so, da unten steht auch schwer. Es ist eigentlich ziemlich idiotensicher. Ja. Können's noch schwerer machen. Das ist echt ein schweres Spiel. Ja, 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 ja. Auf so vielen Ebenen. Nackende Beins. Bringt aber nix. Ja, okay. Mach die einfach mal weg. Die Hose oder die Rüstung? Nee, die Rüstung. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir normal. Digga, wie schwer ist der Helm? Der Helm ist richtig schwer. Lass mal ohne Helm. Dann hast du morgen Muskelkater. Ja, dann sind wir normal. Ja, ist doch gut. Okay, und die Kappe? Wie schwer ist die? Die ist auch schon schwer. Das ist echt... Das ist... Guckt dir das an! Das ist ein verlumptes, verläuertes Stück Scheißstoff und drei irgendwelche Fuckfedern. Das ist schwer, Leute. Da hat jemand reingepipiht. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Ja, es regnet ja auch die ganze Zeit. Das muss schwer sein. Au! Der ist richtig hart. Hier, bitteschön. Ich hab dir den Beihalt vorbereitet. Oh Mann, ey! Mit seinem Hinsen und Gretelgedächtnis Hut. Das wird ja ein Spaß. Du machst es. Ich versuch dran zu glauben. Ich schleiche jetzt. Ja, das ist eine gute Idee. Nee, er hat dich gesehen. Ja, er hat dich entzündet. Achtung! Tschüss. Nein! Nein, was? Ey! Oh! Alter! Du mieses... Ich hatte nicht mal eine Chance, irgendwas zu machen. Er ist wirklich ein mieser Mob. Alter, das Spiel ist viel schwerer als Rise of the Rolling. Viel schwerer. Soll ich es nochmal versuchen? Ja, auf jeden Fall. So, ey! Ey, das... Du Rektalgeburt! Ja, gut ausgewischen. Ja! 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 Nein! Ja! Komm her, Mann! Nein! Lass mich in Ruhe. Ja, aber bist du ein bisschen wie so ein Sonic, so ein bisschen, ne? Du siehst du weg, Mann? Kann ich mich heilen? Ja, komm, ne? Der ist so ein fieser Mufti. Komm her, jetzt! Oh, das ist geil. Ja! Ja! Das war nicht mal ein Boss, ne? Ist mir egal. Boah, ey! Du Arsarsch! Nieder! Ruhe! Was haben wir da? Oh nein, eine Todesanzeige für ihn. Alle fallen. Nur wenige! Erheben sich! Fahlen unterdrückt uns und erhebt dann noch Steuern. Wir bitten um Lebensmittel und Medizin und sie senden Soldaten. Ersworth, Elias Craftson und die Fürsten von Tiers sind doch nur Marionetten. des Festlands. Erhebt euch! Erobert eure Heimat zurück! Ihr wart schon immer Rebellen! Hammer. Stark. Ich komm langsam jetzt wieder hier an, aber du hast das sehr euphorisch vorgetragen. Ja, danke. Ich hatte auch Bock. Okay, hier das Fallgatter ist zur Zeit noch nicht umgehbar. Ein Fall für später, das Fallgatter. Guck mal, das sieht so aus, als könnte man sich da irgendwie durchmogeln. Nee, kann man aber nicht. Das ist auf der anderen Seite noch. Du kannst bestimmt auf diesen Karren brauchen und dann noch mehr ran. Das ist ein schön Kraut. Schön Kraut. Nimm doch jetzt! Ich muss noch näher ran. Oder jetzt bilde ich mir das ein. Das war rechts. Da, ne? Ja. Noch näher ran. Ach, da! Okay, bei Fuß. Nimm! Oh, nicht schleichen! Junge! Das ist ein schweres Spiel. Das macht mich schleichend immer wütender. Kann man da irgendwie hoch sein? Boah, die Tür kann man jetzt bestimmt öffnen. Boah. Hallo! Bitte tut mir nix! Nein! Ja, woher ich gedacht habe, das könnte hinhauen. Ah! Werden die Fernkampf? Es sind einfach drei! Au, 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 au. Scheiße, das ist krass. Nimm Pils! Okay, hier ist ein bisschen Platz immerhin. Schön. Ja, ja, ich glaube, ich konzentriere mich da drauf. Nein! Ich glaube, wir sollten auch noch ein bisschen mehr parryen, so wie gerade, ne? Naja. Mach ich bestimmt. Irgendwann mal. Wenn ich, äh... Aber du machst das gut. Ja, nicht so gut unter Druck. Boah, das war eine krass gute Attacke von ihm. Oh, zwei Mal! Ah, jetzt ist halt der... ...Chill-Schurke noch am Start. Schön! Nein! Richtig rein, Wumms. In seinen Rückenmark! Ha! Komm! Ja. Ja! Ich dachte nicht, dass ich das schaffe. Oh Gott! Du hast sogar kaum Leben verloren. Ja, ich hab mich einmal geheilt. Props. Props an Anton. Ähm, wenn wir... Ne, die Gegner respawnen ja so oder so nicht, ne? Erstmal noch nicht. Das heißt, wir könnten jetzt auch einfach nochmal zum Fireplace und noch ein paar Suppen kochen. Wir können auch nochmal weiter. Wo wir jetzt waren? Also mir egal, wir haben ja noch zwei. Ja, aber zwei ist... Warte mal, hab ich noch andere Hei... Ah, ich hab noch acht Pilze. Acht rohe Pilze. Ja, okay, komm. Dein weiser Rat soll mir Leitlinie sein. Wir machen weiter. Wir haben noch zwei. Du hast was gut gespielt. Du bist jetzt richtig warm. Du bist... Oh, das ist heiß. Wir gucken, das Tagebuch zu lesen. Und da ist doch wieder ein Volk. Warum ist das mit dir drin? Liebes Tagebuch. Die Erkundung dieser tiefsten Provinz am Tag 41. Gibt es denn keinen einzigen Ort auf ganz Sakra, den diese armseligen Leute nicht im Elend haben versinken lassen? Blicken sie auf die uralten Ruin überall hier und denken, dieser prächtigen Tradition wollen wir folgen? Ich hab mein Lager in einer verlassenen Küstenfestung aufgeschlagen, die einst sicherlich ein stattliches Bauwerk gewesen ist. Ein Leuchtfeuer für ein Treffen des Schiffes. Und jetzt ein Denkmal schlecht ausgeführter Maurerarbeit, dem das Dach fehlt. Ich hoffe, dass es heute nicht regnet. Aber der fühlt sich auch schon echt cool. Also weiß ich nicht, ob ich den sympathisch finde. Nee, nee, nee. Finde ich, glaube ich, auch nicht. Aber es ist ein Superis, oder? Also wir müssen nach einem schlecht bedachten Hütten... ...Gebau suchen. Und da können wir dann hoffentlich geiles Loot abgreifen. Fillmore. Fillmore, na, dann erzähl mal. Thank you, Stranger. I thought I could sabotage the gate and keep more of these savages from reaching Sacraments' Walls. But I got my damn full self trapped too. Sacraments' Walls. I suppose there's a reason I'm a blacksmith and not a soldier, eh? Name's Fillmore. If you haven't needed anything repaired, you come to me. Oh, sehr gut. Kannst du vielleicht unser... ...unser Schulsystem auch reparieren? Keep a careful eye out. I heard some of these Risen's speak of a foul presence of science's gate. Ich hab so viel Coverett geguckt in meinem Leben. Irgendwas sitzt da tief. Kaufen, verkaufen, reparieren. Angelegtes reparieren, alles reparieren. Mach mal kaufen. Anders kann man kaufen. Geht nicht. Geh mal raus. Ah, jetzt aber. Was hat... Was ist das, dieses Feuer-Ding? Das da? Ja. Flammschuppenöl. Bei Anwendung auf die Waffe. Okay. Rabensuppen-Rezept. Oh, ja. Ja. Oh, ne Schaufel gibt's hier auch. Geil. Ja, dann können wir wieder zurück. Geil. Was haben wir denn jetzt hier gerade? Wir haben... Das könnten wir beides holen. Dann haben wir noch 14 übrig sogar. Okay, komm, machen wir das. Wahrscheinlich gerade denkt sich hier der Mensch dort draußen. Seid ihr blöde, die findet ihr doch alle noch. Das kann sehr gut sein, aber... Oder auch nicht. Genau. Aber wir könnten auch noch was verkaufen. Die finden wir bestimmt heute noch. Die finden wir bestimmt noch, aber nicht heute. So rum. Wollen wir noch was verkaufen? Irgendwas, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel den roten. Oder irgendwie sowas. Den roten? Ja, also den Anzug da. Das kriegt man ja. Schunkend. Wobei, ehrlich gesagt, dies... Das ist doch schlechter sogar. Ich habe doch eben... Das habe ich nicht das Falsche sogar angelegt. Die Schlupentonika waren ein Ticken besser. Ja. Macht... Warte, dann lass uns doch erst mal... Hier den Wechsler angehen. Wie viel ist die jetzt wert? Auch nur... So viel schwerer sind wir dadurch auch nicht, oder? Nee. Nee, das ist tatsächlich ziemlich gleichwertig. Okay. Ja, dann... Hier. Führen wir nochmal ein Verkaufsgespräch. Ich habe mir... Ich habe das zwar gerade ausgezogen, aber nur, weil ich dir natürlich das Bessere verkaufen will. Also machen wir mal einen guten Preis. Mhm. 26. Ich bin noch nicht lange in dieser Welt. Ich gehe davon aus, das ist einfach der bestmögliche Preis. Das ist der beste Preis. 26. Was ist das beste Preis? Was ist das beste Preis? Wildlingshose, Wildlinghelm. Ja, so viel haben wir nicht, ne? Also wir können natürlich unseren Helm da verkaufen. Eine der Hosen können wir sicherlich verkaufen. Ja, 15. Und was bringen die andere? Ja, und 20. Aber guck mal, für die zerlumpten Beinlinge, nur weil die Kerem-Beinlinge sind, gibt es noch immer fünf... Wie viel? Ne. Ne, da gibt es gar nichts. Da gibt es gar nichts. Okay. Ne, dann habe ich nichts gesagt. Ja, okay. Willst du mal diesen Federhut? Ich glaube, der war auch viel wert, oder? Ja, und wir tragen jetzt ja gerade eh keinen. Ja, und die 31? Ja, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Frage ist halt, ob wir das Ding auch direkt wegschmeißen. Why not? Wir tragen es ja gerade nicht. So mache ich das mit all meinen Sachen, die mir gehören. Ich benutze es gerade nicht. Ja, willst du es haben? Okay, das auch? Nö. Die wollen wir noch behalten. Spitzhacke behalten wir. Wir haben halt zwei Hosen. Es ist halt dumm, das mitzuschleppen. Das stimmt. Hier, wir schenken es. Aber wir kriegen halt eine, ja. Okay. Oder? Ja, machen wir. Oder meinst du, man kann die irgendwann reparieren? Nee, komm. Weg. Und jetzt hau weg. Was ist das? Manu, ich will wissen, was die andere Hose da wert ist. Ach so, du willst wissen, was unsere wert ist. Ja, ja. Ich muss mal einmal reingehen. 27. Ja, dann können wir die andere auf jeden Fall verkaufen. Ja. Aber die ist besser, ne? Die ist auch sehr schwerer. Ja, nee, aber lass nicht, lass nicht. Nee, wir bleiben so. Wir bleiben so. Das Spiel ist schwer genug. Ja. Wir bleiben agil. So, die kann man mal ausrüsten hier noch. Dann, die war es nicht, sondern die hier. Und dann verkaufen wir tatsächlich die andere Hose. So, hier, bitteschön. Sell Wildlingshose. Confirm. Confirm. Und jetzt kaufen wir noch das andere Rezept und vielleicht noch was anderes. Pilz Curry mit Fleischrezept. Ja, geil. Sieben, nee. Guck mal, wir haben eine Silbermünze jetzt. Das ist mit 100 nämlich. Ha! Gutes Spiel. Danke. Das freut mich. Aber Pilz, das ist aber schon sehr etid. Wieso kann ich das nochmal kaufen? Etepetete. Ja, schon, oder? Okay. Will ich nicht. Nee, nee. Aber es wird wahrscheinlich sehr viel wieder gut machen. Aber egal. Willst du nicht irgendwas anderes kaufen? Nö. Oh, wir können an der Feuerstelle kochen. Richtig. Nein. Wie jetzt hier. Aber, okay, aber warum können wir mit dem Rezept jetzt noch nicht was anderes machen? Vielleicht, weil... Stimmt, wir haben doch noch Creme. Hä? Habe ich das vielleicht nicht erfolgreich gekauft? Oder vielleicht müssen wir es noch lernen. Warte mal. Ja, da. Verwenden. Verwenden, ja. Rezept lernen. Yes. So. Again, what learned? Auf jeden Fall. Ja, war nicht ganz nötig, aber warum nicht? Ich will mal kurz, kannst du mal vergleichen, was Pilzsuppe und was das andere herstellt? 35 und? 35. Ja, okay, sind die Menschen und Rezepte halt. Haben wir Geld verschwendet im Prinzip. Wobei, gut, jetzt können wir endlich was anfangen mit dem... Ja, eben. ...mit den Krabben. Eben. Das blöde Beifußkraut bleibt der limitierende Faktor. Ich bin aber fast dafür, trotzdem die Pilzsuppe zu machen. Weil sonst müssen wir nachher irgendwann noch hin und her wechseln zwischen der Pilzsuppe und dem anderen Ding, ne? Ja, ne. Gebe ich dir recht. Da wir jetzt eh das Beifußkraut als limitierenden Faktor hier gerade haben, lass es uns derartig verwenden. Okay, haben wir jetzt drei, dank meines hervorragend cleveren Einsatzes der Pilzsuppe kurz, bevor wir an das heiße Feuer herangetreten sind. Da hätten wir ja auch Leben verlieren können und davor habe ich uns alle beschützt. So. Jetzt versuchen wir... Ne. Ich dachte, wir... Da unten glitzert was. Ja, wo sind wir denn? Ja! Warum? Warum? Oh, nee! Oh, ich schäme mich ab und tief. Ich hätte nie gedacht, dass der dann so ein Hüpferle ins Nirgends macht. Hüpferle. Irgendwas, guck mal, da unten ist eine Markierung. Ich glaube, jetzt musst du dein Schwert reparieren. Oh, nee! Oh, fuck, ey! Nee. Das Schwert ist einfach nur un... Also unglücklich. Ich möchte nicht mehr mit euch, Gratin, reisen. Bitte werft mich in den Fluss. So, dass ich ein würdigeres Ende nehmen kann. Wir haben doch eine Pickaxe. Nee, nee, wir haben eine Spitzhacke. Aber die ist vielleicht nicht ausgerüstet. Muss ich mal gucken. Ja, wir haben nämlich die Angel ausgerüstet. Da. Spitzhacke. Und dann vielleicht schaut der Angel. Ach so, nee. Dann ist er entspannt. Drücke, um das Erz abzubauen. Sehr schön. Da ist auch richtig Arbeit. Das finde ich ganz gut. Nice. Kupfererz, gesprungener Quarz, gesprungene Kohle. Ja. Viel gesprungen hier. Genau wie ich eben. Feindlich. Also, was ich gern noch abschließen wollen würde. Beifußkraut, sehr schön. Kannst du mal eine Pilzruppe machen. Was ich gern noch abschließen würde heute, ist dieses Thema mit dem blöden Turm, wo wir vorhin einmal gestorben sind. Vielleicht können wir da noch unsere Schande wiedergutmachen. Das wird schwer. Also, du möchtest jetzt, dass wir wieder links gehen, ja? Ja. Aber du kannst doch generell nochmal nach oben. Ich glaube, du kannst auch über die Mauer hüpfen. Aber vielleicht solltest du meine Hüpftipps mit Vorsicht genießen. Na, da nicht mal hier so in die Richtung. Und jetzt da rüber. Guck mal. Ja. Ja, genau das. Und da ist ein Balken. Aha. Und damit kannst du dann... Ja, fast. Damit kann man runterfallen. Da kann man runterfallen. Ich hab dir schon gesagt, dass ich sowas nicht gut kann, ne? Hab ich dir schon gesagt. Hast du, glaube ich, erwähnt, ja. Aber... Konfrontation. Ich stelle mich den Gräten. Genau. Am Ende ist es tatsächlich... Der Balken ist ja ein Tongräth und damit nicht weit von der Gräte entfernt. Zumindest phonetisch. Ähü. Nee, komm, du schaffst das. Nein, du machst es mal weg. Du machst es. Ja. Vorsichtig. Nee, ja, das war ich fast. warum macht das jetzt brauchen wir ewig sonst ist das unser ende vom let's play möchte ich kann das nicht so eine bestimmte richtung das checkt mein daumen einfach nicht gibt gründe warum ich kann man spiele und habe ich jetzt wieder die zwei suchen nicht gerade gemacht absolut gewastet ne du hast sogar drei gemacht für diese chester machen wir das jetzt wenn ich da jetzt runter purzel war es das ist richtig schrittchen für schrittchen langsam vorsichtig was haben wir da rüstungsbruchstück fokus viole die können wir jetzt verkaufen die haben wir schon ja die haben wir schon alt nehmen jetzt wieder runter also man kann vielleicht darüber hüpfen ich würde wenn ich da runterlaufen wenn ich da jetzt überlaufen das könnte klappen oder wir sterben ich glaube nicht dass das klappt genau ich würde jetzt sagen wir werfen und pilz super ein hüpfen darüber wahrscheinlich klappt nicht fallen in den abgrund verliert aber nicht so viel leben dass wir sterben würden und kommen am ende als glückliche gewinner aus der situation du bist einfach ein mieses stück wir sind einfach wirklich dumm ich muss mich fällt kasko versichern kann nicht wahr sein da rede ich da auch noch so geschwollen schlau daher ja das machen wir jetzt so und so habe ich eine pilzsuppe verschwendet das ist wieder so ein aggro boy aber du hast ihn fasst du hast ihn fasst das ist ein halber pilz pilz heißt auf englisch oder fungus aber ich sehe keinen fun in der auseinandersetzung mit ihm sorry wie hast du dich gerade kurz gefühlt als ich gesagt habe mushroom wie hast du dich gefühlt naja ich habe gedacht na gut dann mache ich den witz halt allein ich hatte auch keine ahnung was jetzt auf mich zukommt ja das manchmal fange ich aber auch an und weiß es selbst noch nicht so ganz genau okay das ist das fallgatter was wir geöffnet haben wie tief können wir eigentlich noch fallen ja geh doch mal durch vielleicht war der nächste kontrollpunkt schon langsam okay nee komm nee nee lass den axtmann der soll sich mit der ratte auseinandersetzen die willst du doch machen jetzt ne klar okay 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 nice okay perfekt perfekt was für ein schlussakkord was für ein schlussakkord sein schlussakkord ist auch unser schlussakkord denn wir sind am ende wir sind das kleine anzocken ist angekommen zwei souls snoops flaschen gegen norris for the wicked kurz fazit ich fand es richtig geil ich hätte gesagt gibt mal dem video wenn ihr das als video guckt ordentlich ein paar däumchen nach oben das spiel ist vielleicht noch mal es war auf jeden fall es ist sehr sehr geil ist super ist schön wuchtig es ist schwer ein anderer ansatz so ich glaube es war ein richtig schönes jetzt bleibt mir sehr gut gefallen bis auf die paar male als wir gefallen sind gefallen ja ja nicht schlecht nicht schlecht ihr solltet euch jetzt einen gefallen tun und dranbleiben falls ihr gerade live zuschaut denn jetzt im anschluss gibt es dem fall jetzt mit eddie mit sarah matthias und mit alle weil es holst host und liebe atemberaubend begabte fabian käufer hat das vorbei das heißt kann nur gut werden damit schaffe ich eine perfekte fallhöhe und wir geben ab wiedersehen machst du gut danke fürs zusehen so 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 Vielen Dank.